herzlich willkommen zu einem neuen kurs of you tech talk dem tech talk folge 24 heute mit steffen kolb david sondermann und georg hirmer genau ja und wir haben heute wieder ein bundesfeld an themen naja so ganz stimmt es nicht diesmal weil wir haben wieder mal sehr viel corona es geht irgendwie nicht anders ich habe versucht oder wir haben versucht mehr oder weniger so ein bisschen drum herum zu kommen aber auch in der tech welt dreht sich im moment alles so ein bisschen um corona und ja jetzt haben wir da so ein paar sachen rausgesucht das erste thema ist ja mehr oder weniger ein security aber auch ein corona thema also ich schätze mal wenn es kein corona gegeben hätte dann wäre dieses thema auch nicht wirklich angegangen also oder bekannt gewesen oder irgendwie aufgefallen es geht nämlich um den anbieter zoom und zoom ist ja so eine videokonferenz plattform die machen ja auch alles irgendwie so ein bisschen webinar glaube ich die die machen aber auch ganz normale konferenzen so ein bisschen auch wie go to webinar oder was gibt es da noch sysco webex und wie diese ganzen baustellen eigentlich heißen und da gab es halt jetzt einige sicherheitsprobleme die da jetzt so aufgekommen sind wie zum beispiel gab es ein eine geschichte dass wenn du in zoom ein link verschickt hast zu einer smb share also einer windows datei freigabe dann hat das ding sich einfach mal mit den windows credentials da versucht anzumelden warum auch immer kann man machen ist halt scheiße es ist schwierig und das hat es halt auch gemacht wenn die share irgendwo draußen im internet lag und keiner so recht ja wusste wem die eigentlich gehört also das ist halt schwierig und dadurch dass halt jetzt so viele leute zum benutzen für home office oder halt videokonferenzen zoom ist glaube ich auch deswegen so beliebt weil die relativ großzügig irgendwie sind also die hauen glaube ich aktuell raus irgendwie dass du konferenzen mit bis zu 100 teilnehmern kostenlos oder irgendwie sowas als richtig große dinger und das lockt natürlich viele leute an weil die sagen ja mei das ist kostenlos dann hole ich mir das doch ist halt weiß nicht was die machen aber es ist halt viel die haben zum beispiel auch irgendwo haben dann welche entdeckt dass die die facebook api oder irgendwas mit eingebunden haben haben die gar nicht gemerkt das war halt einfach mit drin ach ups haben ja irgendwo mal die facebook api mit reingebaut ist irgendjemand mal eingefallen oder aufgefallen hey da ist irgendwo facebook mit eingedengelt ja es ist halt schwierig wenn ich halt so web konferenzen oder sowas mache da muss ich da nicht unbedingt das ganze an facebook schicken facebook hat übrigens auch einen dienst weiß nur gerade nicht wie der heißt wo unternehmen darüber so konferenzen machen können oder so das ist so ein ich glaube das ist facebook messenger for business oder so heißt das ding also gibt es auch von facebook irgendwas also wenn jemand komplett skrupellos ist was datenschutz angeht der könnte dann er könnte dann auch seine web konferenzen einfach ja über facebook machen ist möglich also es oder über google kannst ja viele wege für nach rom frage ob da auch die anbindung ist für diese google konferenz kamera die es doch mal rausgebracht haben für unternehmen google konferenz kam ja ich google facebook tschuldigung facebook hat doch mal so konferenz cams rausgebracht echt komplett an mir vorbei gegangen schon ein bisschen her also bestimmt so ein zwei jahre oder so meine ich okay raus suchen ja ja gut webcam im moment ist ganz schwierig also im moment wenn du wirklich jetzt noch bedarf hast für webcam oder für headset ist schwierig also ich meine du kannst jetzt höchstens sagen okay du setzt den was weiß ich den banker mit irgendwie so einem led gaming headset hin in die video konferenz weil die gibt es noch aber die ganzen seriösen business headsets die sind alle weg und kannst halt auch das ist auch aktuell so ein thema du kannst dann auch schlecht sagen ja man stellt irgendwie mal jeden der home office macht so ein rode mikrofon hin wie wir es hier haben mit also mit einem mit einer halterung und und du hast dann so ein kondensator mikro das ist schwierig weil das wird halt für jemanden der home office macht ist es halt außerdem ist es teuer halt auch wobei man muss wirklich mal sagen wenn man das mal zusammenrechnet so ein sennheiser business konferenz headset kostet 200 euro und gutes oder ein jabra oder so und mein mikrofon set ab hier hat auch ungefähr 200 euro gekostet oder 250 euro und dann ist halt die frage wo hat man mehr davon klar der platzbedarf ist natürlich bei so einem mikro mit einer mit einem mikrofon arm und so weiter ist natürlich ein bisschen größer und wenn jetzt jemand home office macht und das am küchentisch macht wird sich bedanken wenn er jedes mal das ganze ding aufbauen muss aber ihr wisst glaube ich worauf ich hinaus will also es gibt aktuell irgendwie keine mikrofone und keine headsets kann also zumindest nichts für ein business bereich ist alles leer gekauft also ist irre wenn mittlerweile da für so ein billiges headset zahlst du mittlerweile 50 60 euro das ist wie mit schutzmasken oder so davor hat das ding vielleicht 15 gekostet oder 20 und jetzt so teuer das ist unglaublich naja zurück zu zurück zu zum weil das ist ein das geht noch weiter das ist ja ein eines sicherheitsproblem gewesen dann geht es noch weiter in sachen mac os also da schafft es zum einfach wie eine malwehr schreiben leute sich zu installieren und wenn du da halt admin rechte auf dem mac hast dann kannst du wird halt einfach mal werden halt diese sicherheitsmechanismen umgang zum beispiel ist eigentlich ein verhalten von normal wäre also ja geil gemacht ist aber nicht alles also zum beispiel hat zoom auch beworben dass sie eine ende zu ende verschlüsselung verwenden allerdings hat sich dann herausgestellt ist es eigentlich nur eine ganz normale transport verschlüsselung ist auch nicht so geil dann geht es noch weiter zum beispiel war es auch bis vor kurzem noch möglich dass man einfach random in irgendwelche zu meetings rein platzen konnte indem man diese id einfach sich generieren konnte und dann konnte man da rein und ich glaube boris johnson war auch opfer von so einer geschichte habe ich zumindest irgendwo was gelesen die haben wohl auch zu meeting benutzt für ihre politischen geschichten und dann auf einmal sind da leute irgendwie reingekommen also auch eine ganz schlechte idee richtig vertrauen in die software würde ich sagen ja also ja und im moment das ist aber weniger ein problem von zoom sondern einfach weil es so beliebt ist gibt es halt jetzt auch immer mehr fake seiten die halt so einen zum client anbieten und das ist halt dann mal wer also wenn ihr irgendwo mal von einer drittanbieter seite oder einer seite die ähnlich aussieht als wie zum dann was runtergeladen habt und es hat sich nicht verhalten wie zum dann würde ich dann doch mal den rechner scannen weil da ist wahrscheinlich dann höchstwahrscheinlich irgendwie eine spyware oder irgendwas mit drauf gelandet da sollte man halt ein bisschen aufpassen das ist auch aktuell bekanntes problem das kommt halt einfach durch die popularität von von zoom genau und das ist jetzt aktuell so dass was halt alles über zoom hereinbricht und es ist halt krass wie viele leute das mittlerweile benutzen also da ist jetzt die rede von 200 millionen user täglich das musste auch erst mal skalieren ich weiß nicht wie gut zum skaliert ich habe selber noch nicht ausprobiert ich muss auch ehrlich sagen ich kannte die bude davor noch nicht was kanntet ihr die schon oder gehört hatte ich ja aber sonst nie benutzt ja also ich kannte die vorher auch noch nicht wirklich und also das ist schon interessant dass es mittlerweile so durchschlägt aber wie gesagt es ist halt relativ großzügig das ganze also relativ günstig und deswegen nutzen das halt so viele leute es gibt aber auch alternativen also wenn man allein mal überlegt ich meine du kennst ja auch ein paar david oder auch georg wie zum beispiel halt teams was wir jetzt auch mal so ein bisschen parallel mit testen bei uns hier microsoft teams die kriegen es ja auch lustigerweise hin ihre servers so zu skalieren dass das zeug läuft auch wenn ich da schon andere sachen gehört habe aber bei mir läuft eigentlich alles im moment was mit teams zu tun hat dem die qualität ein bisschen runtergeschraubt bei den video calls aber okay bei der masse an usern okay da müssen sie halt erstmal wieder nachschieben dann ich weiß nicht nutzt einer von euch sysco webex extrem nicht mehr die hatten glaube ich auch noch mal so eine andere lösung die haben ja auch solche konferenz boards ich weiß nicht wie die heißen von sysco presence dinger meinst du kann sein ja die so ein bisschen aussehen wie diese von von microsoft dieses surface habe ach so ne weiß nicht ich weiß nur dass wir diese telepresence dinge von sysco haben wo du drei riesengroße sind es keine ahnung 65 70 zöller hast wo du oder quasi konferenzen hast ob der dir direkt gegenüber sitzen würde ja genau also das gibt es ja auch noch aber bei denen hat man jetzt auch nichts gehört dass die irgendwie groß probleme hatten aber bei go to webinar oder ja go to webinar heißen die oder nee go to meeting heißt auto meeting ja go to meeting da hat man uns halt extrem gehört dass da irgendwie oder von vielen leuten gehört dass die extreme probleme hatten irgendwie die last mit der last klar zu kommen was mich ein bisschen wundert weil die bude ist ja jetzt nicht gerade klein aber gut scheinbar ist wann ein bisschen überrumpelt naja was gibt es dann noch näher was einem natürlich gleich einfällt ist skype so der der klassiker das ist ja auch wenn du aktuell irgendwelche sendungen guckst also gerade so so nachrichten sendungen oder so die werden ja alle über skype mittlerweile zugeschalten scheint auch gut eigentlich zu funktionieren ich bin echt erstaunt also die meisten skype konferenzen im fernsehen die sind eigentlich auch ganz gut von der qualität her also hat mich echt positiv überrascht die haben wahrscheinlich das ganze hallo hörst du mich davor im vorfeld schon geklärt mit sicherheit aber wie gesagt es funktioniert ja dann auch also die qualität sieht teilweise auch gut aus also die haben wahrscheinlich auch keine scheiß hat keine scheiß webcams also so richtig billige was weiß ich die nur 640 mal 480 auflösung haben aber es funktioniert einfach ne und gut teams hatten ja schon besprochen slack kann ja auch glaube ich videokonferenzen soweit discord kann es auch discord wäre auch eine alternative genau also wäre sehr ja wie soll ich sagen auf dem datenschutz pfeift der kann auch google hangouts benutzen oder halt eben die besagte facebook geschichte genau und dann die anderen die ich mir hier mal raus gegoogelt hatte bliss zum beispiel ich weiß nicht ob du die kennst oder auch life size sind eher unbekannt aber die gibt es auch in der grundversion kostenlos und es gibt es gibt noch jitsi 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 ist so ein open source ding ding ins kirchen es ist auch naja benutzbar man muss halt immer gucken jitsi ist halt so ein bisschen so dass man wie bei mumble zum beispiel sich irgendeine server instanz nimmt sucht es gibt einige die öffentlich welche anbieten ich glaube golem zum beispiel bietet auch eine an oder chaos computer club oder solche buden und muss halt gucken ob diese instanz halt die last aktuell aushält oder ob die halt völlig überlastet ist also gibt es auch negativ beispiele aber wenn man sich so ein bisschen mit linux auskennt wir werden ja auch normalen jitsi server installieren einfach mal testweise für unsere internen zwecke dann kann man mit jitsi angeblich auch ganz gut arbeiten die sollen auch eine gute qualität haben und man kann da auch dann hd video calls über jitsi abwickeln ist halt auch eine schöne alternative weil das halt auch dsg vo konform wenn das klar auf dem eigenen server läuft dann hast du meistens relativ wenig probleme dass irgendwie dsg vo konform zu machen ist einfach so und deswegen ist jitsi da ganz interessant in hamburg war das glaube ich wo die datenschützer dann dazwischen gegangen sind oder zumindest versucht haben wieder eine schule angefangen hat ihren unterricht über skype abzuwickeln weil es ja moment hier dsg vo und datenschutz skype ganz schwierige geschichte ist ja noch nicht irgendwie es gibt noch kein abkommen zwischen microsoft und der schule und ihr könnt auch nicht einfach ist grundsätzlich ja richtig aber wir haben jetzt im moment eine sehr spezielle sondersituation die kein mensch irgendwie vorhersehen konnte und jetzt musste man sich halt irgendwas mal raussuchen und ich glaube auch die datenschützer sind da mittlerweile zurückgerudert und haben gesagt hey ja wir wissen das ist eine sondersituation dann holt das halt irgendwann mal nach mit dem vertrag mit microsoft und so weiter dann macht jetzt erstmal euren unterricht über skype aber das ist halt auch so ein thema aber letztendlich die schulen haben halt keine eigenen plattformen und wenn dann sind die halt richtig scheiße und dann muss man halt auch als lehrer irgendwie ist sich was raussuchen und dann der lehrer kann da halt skype und hat gedacht okay das funktioniert das ist kostenlos dann nutzen mal skype das ist halt ist halt pragmatisch gedacht also da kann man dem lehrer erst mal wenig vorwurf machen ehrlich gesagt klar der wollte ja auch nur seinem bisschen bei seinem ding nachgehen ja klar dass sie nicht jeder damit so ein eingehend beschafft aber er befasst meine ich aber ich meine es ja auch gut dass da leute gibt die da vielleicht mal ein bisschen auge darauf haben also ich kann ja beide seiten verstehen natürlich also klar ich meine ich bin ja im itsec bereich und da ist es ja auch datenschutz und itsec geht ja einher und aber wie gesagt in dem moment muss man einfach mal sagen okay wir sind jetzt in der notsituation und es muss halt jetzt erstmal bis dann irgendwann mal eine lösung gefunden ist ich meine vielleicht installiert die schule irgendwann mal jitsi oder was ähnliches und dann ist man ja völlig unabhängig von diesen ganz großen clouds und diesen ganz großen anbietern aber dieses problem also nicht dass ihr jetzt denkt das problem ist einfach nur weil sie skype benutzen sondern dieses problem hast du ja immer wenn du einen externen anbieter nutzt also wenn die jetzt sagen wir nutzen sysco webex die bieten glaube ich mittlerweile auch für schulen irgendwie an dass du bis zu 100 user oder so kostenlos nutzen kannst die nächsten sechs monate irgendwie sowas da musst du auch mit sysco ein ein adv diesen auftrags datenverarbeitungsvertrag abschließen und weil ja die weil sysco ja die personenbezogenen daten deiner schüler verwaltet ich meine bei skype kann man vielleicht ja noch argumentieren viele schüler hatten davor schon in skype account aber dann kommt ja auch noch zum tragen dass die schüler ja vielleicht sogar minderjährig sind dann wird es noch komplizierter und deswegen ist eigentlich die beste lösung ja man hat einfach in den eigenen server von der schule aus und der wird genutzt und dann kommt man gar nicht in die verlegenheit dass man dann irgendwie so einen anbieter nutzen muss oder jemanden fragen muss also das kann unter umständen auch eine ganz sinnvolle geschichte sein das stimmt naja gut aber letztendlich wie gesagt dieses videokonferenz thema das wird uns noch die nächsten wochen verfolgen aber ich denke mal wir werden auch berichten wir wollen ja vielleicht dann auch den tech talk über jitsi machen oder über irgend so ein videokonferenz tool irgendwann mal dann werdet ihr ja auch sehen wie das funktioniert ob das funktioniert wir werden das dann auch sehen ob das gut funktioniert ja aber letztendlich muss man da einfach ein bisschen rumprobieren im moment geht nicht anders ja es gibt keine ideallösung es muss dann einfach das was am besten passt und ja das dann noch mit seinen nicht immer datenschutz ansichten übereinstimmen dann passt es ja ich meine vielleicht wie du schon gesagt hast vielleicht gibt es ja leute die sind da total die sagen mir ist das wurscht dann nehmen sie halt hangouts also ja das wäre jetzt nicht meine erste wahl aber ja als es jedem überlassen ja also die server von google die werden mit sicherheit performen also ich glaube nicht dass die google server bei bei ein paar hunderttausend oder bei einer millionen oder zwei millionen user schon gegen die wand gespielt werden das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen naja aber wir werden sehen was halt jetzt auch lustig ist viele leute man merkt es halt in deutschland auch die leute sind halt nicht gewohnt videokonferenzen zu machen da gibt es mittlerweile einige lustige stories im netz wo halt leute sich in videokonferenzen keine ahnung dann läuft irgendwann dann der freund halb nackt hinten durchs bild oder stehen dann auf haben keine hose an oder irgendwelche sachen also irgendwie die leute sind halt noch nicht so gewohnt home office zu machen oder halt dass sie dass sie das alle an ihre kollegen übertragen was da passiert das vergessen halt manche so ein bisschen hat den eindruck naja aber da gibt es lustige videos ich werde euch auch mal was verlinken also wer sich mehr ein bisschen lachen möchte schaut am besten mal die show notes von dieser podcast folge und da packe ich euch mal ein paar videos rein da habe ich was gefunden so ein paar lustige web konferenz momente und da gibt es ja den alten scherz an vier von fünf tagen habe ich schon mal eine hose im home office anders ist halt einfach so gut lange rede kurzer sinn ich würde sagen wir gucken mal ein bisschen außerhalb von der ganzen welt close source software gehen wir mal ein bisschen in die open source welt zu linux und linux auf dem smartphone genau ich meine linux ist ja auch nicht auf der brennsuppen daher geschwommen aber linux auf dem smartphone oder telefon ja das ist nur so eine geschichte der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an das ubuntu phone das ganze projekt ist ja glaube ich 2017 offiziell eingestellt worden und ja da gibt es eine ub ports community die hat das ganze projekt wohl übernommen und sind jetzt daran oder zumindest am arbeiten an einem neuen anlauf mit dem pine phone soll quasi auch wieder ein linux smartphone werden und es soll die möglichkeit bieten verschiedene betriebssysteme zu nutzen also nicht nur ubuntu touch sondern eben auch andere arm basierte betriebssysteme da gibt es zum beispiel post market os sailfish os hatten vielleicht schon mal der eine oder andere gehört oder auch manjaro und man hat auch die möglichkeit von der sd karte zu booten aber das ganze ist halt noch also die ganzen version zum teil auch im alpha oder beta stadium und für den täglichen grau auch absolut nicht geeignet das pine phone soll einen am cortex vierkern prozessor haben der mit 1,2 gigahertz taktet ich sag mal mickrige zwei gigabyte ram finde ich inzwischen das ist 2020 ist das echt wenig und was ich am krassesten finde noch display mit 1044x720 pixeln war also ich meine das hat ein taschenrechner heute ja also keine ahnung das finde ich schon sehr mau und es stehen rudimentäre funktionen wie telefon sms lte und gps empfang sowie hardware beschleunigen zur verfügung die kamera wird noch nicht unterstützt es gibt auch bisher aufgrund von mangelnden usb-hosts das problem dass du keine peripherie geräte mit betreiben kannst und die akkulaufzeit macht auch noch probleme das einzige was ich einen coolen ansatz finde auch wenn er vielleicht nicht ganz sehr user freundlich ist in der bedienung und zwar gibt es dedizierte hardware schalter für mikrofon kamera und drahtlos schnittstellen die unter der batterie abdeckung sind also wer dann keine lust hat dass google mit lauscht dann kann man mit dem schalter einfach das ganze wohl ausschalten ich meine der ansatz ist ja gut aber letztendlich ist irgendwie spiegelt das halt wieder das wieder was ich sehr oft bei der linux welt so mitbekommen wenn es wirklich um usability geht um desktop und linux dann ist es halt einfach eine katastrophe und mancharo das war doch das was auch der tobi glaube ich mittlerweile auf seinem desktop hat auf seinem desktop pc das ist irgendwie so ein arch linux derivate ja genau quasi es ist schon gewagt aber interessant es gab ja auch mal erinnert ihr euch noch an firefox us das war ja auch so ein versuch und das ist ja auch irgendwie in die hose gegangen ich befürchte halt auch dass das jetzt in die hose geht ich meine es gibt sicherlich ein paar engagierte leute die da jetzt irgendwas machen aber ich kann mir das nicht vorstellen dass es sich wirklich so durchsetzen wird ja was dazu noch zu sagen ist also in deutschland ist aktuell nicht nutzbar weil das ganze hat keine ce kennzeichnung kommt damit nicht über den zoll und ja man hat maximal 30 tage garantie und es wird auch schon von vom hersteller die käufer aufgefordert falls geringfügige pixel fehler auftreten sollten doch bitte keinen ersatz anzufordern über paypal also ich sag mal das ganze ist ja das für 149 us dollar also da kriegst du irgendeinen billigen zti china böller der tausendmal besser ist und ja auch linux ganz schwierig ja ich meine vielleicht ist man da wirklich besser bedient damit wenn man sich ein ja stock android smartphone kauft oder ein smartphone und dann halt das android das stock android drüber bügelt mit dem custom rom ist vielleicht sogar sinnvoller wie sich so eine gurke da zu holen es ist halt schade weil der ansatz ist ja cool aber ja es ist halt mal wieder so ein so ein gescheitertes also in meinen augen ist das ganze jetzt schon ja das tut mir leid wer kauft denn sowas also okay wenn jetzt wirklich hardcore linux enthusiast bis und einfach bock hast das ding zu haben aber sonst wüsste ich keinen sinnvollen grund wer so ein gerät zu kaufen was ich ja effektiv nicht mal nutzen kann also wenn das schon heißt rudimentäre dienste ja wow ja so dann kann ich mir ein altes nokia holen ja ich meine zum basteln vielleicht interessant also keine ahnung wenn wenn halt noch so ein paar funktionen dazu kommen aber da wenn man jetzt wirklich basteln will dann holst du dir einen pie oder irgendwie sowas genau und machst dann auf dem pie irgendwelche schicken linux geschichten oder einfach mit einem docker container oder irgendwie oder von mir aus auch das windows subsystem oder so aber nicht mit so einem smartphone also irgendwie der ansatz ist vielleicht ganz cool aber ja da finde ich also wenn ich daran denke hat mir ein arbeitskollege aus karlsruhe gezeigt der ist ja auch funk amateur und der hat ein smartphone wo android drauf läuft was wohl auch standardmäßig du vollen root zugriff hast das gleichzeitig integriert ein funkgerät ist und das funktioniert in verbindung das ist echt geil also der hat quasi der muss nur die antenne hinten quasi in dem in dem handy ist quasi wie für diesen touch stift wie bei so einem note oder so galaxy note hast du quasi die antenne kannst du rausnehmen dranschrauben und dann damit betrieb und gleichzeitig auch das handy und das spielt wohl eins zu eins so zusammen das fand ich also so was ist halt auch dann ja wenn man sowas braucht klar klar aber da haben sie es echt gut umgesetzt und auf welche frequenzbändern funkt das ich muss es mal raussuchen vielleicht im nächsten tektor kann ich mir vorstellen aber das fand ich ganz cool er zieht das ding raus die antenne und sagt ja dann mache ich mal ein bisschen betrieb hier ich schaue an ja hier mit dem handy oder dem funkgerät so ja genau das ist ein funkgerät drin es ist ja es ist ich meine überleg mal wenn wenn das zum beispiel im rettungsbereich jetzt so als was weiß ich betriebsfunk wäre das auch interessant so kombinierte smartphones mit was weiß ich irgendwie bossfunk oder so wäre witzig also weil dann hat ja jeder sein funkgerät immer dabei das problem ist halt meistens dass bei solchen kombinierten lösungen irgendwas immer auf der strecke bleibt das halt dann was weiß ich das funkgerät funktioniert gut aber das android drauf ist halt eine absolute katastrophe oder es wird nicht wie bei diesen cat handys viel aus aber das ist halt auch alles das gehäuse ist gut die verarbeitung ist gut aber das android ist halt beschissen mein vater hat selber so ein ding als dienst handy und da ist ein uraltes android drauf kriegt keine updates mehr ja wunderbar wenn du das im unternehmen einsetzt super das ist auf jeden falls sinnvoll naja aber mal gucken wenn wenn sich da was entwickelt dann werden wir auf jeden fall noch mal drüber reden aber aktuell ist es schwierig das stimmt wohl genau so viel dazu so viel dazu genau was jetzt nicht mehr so schwierig wird ist video anrufe bei slack zu integrieren gelge jörg genau wo wir ja gerade bei zoom und teams waren es lecker hat nämlich nicht jetzt eine offizielle integration von microsoft teams und zusätzlich von zoom cisco java dialpad und ring central heißt es genau ja was habe ich gerade gesagt nee nee ich das war für mich gerade so und für david eine notiz wie das heißt dieser chat von von cisco also okay ja ich hätte schon gedacht ich hätte jetzt nicht mehr weiter 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 im text ja und das ist halt einfach eine ganz einfache integration also du kannst über slack jetzt quasi an calls über teams beitreten oder über zum was ich ganz cool sind eigentlich ja was wir letztes letzten tector glaube ich auch unterschlagen haben das habe ich dann im nachhinein noch gesehen dass du bei teams oder das microsoft jetzt auch plant dass du über teams auch bei normalen skype accounts anrufen kannst was ich auch sinnvoll finde das wird allerdings aktuell noch entwickelt und das macht natürlich sinn gerade jetzt als unternehmen möchtest du vielleicht auch mal mit einem privatkunden über skype in kontakt reden jetzt gab es bisher immer nur die möglichkeit dass du sagst okay ich installiere teams und skype parallel eigentlich ist es schlecht weil das normale skype darfst du eigentlich nicht benutzen als unternehmen weil es ja nur für privatleute gedacht ist und dann könnte man halt darüber dann praktisch auch mit seiner teams business version mit einem privatkunden der skype hat kommunizieren was sinnvoll ist wenn man es richtig nimmt dann sind diese ganzen skype calls im fernsehen aktuell sowieso alles lizenzverstöße weil ntv und wie sie alle heißen die dürften eigentlich skype gar nicht benutzen für ihre dienstlichen zwecke ich meine microsoft wird da nichts dagegen sagen aber es ist halt einfach es ist halt einfach so du hast jetzt gerade noch den das funkgerät geschickt oder dieses smartphone funkgerät hat noch gefunden ein ruggear rg 67 ist das teil auch so ein robustes smartphone mit ip 68 und kann auch lte und gleichzeitig auch uhf also 400 bis 470 megahertz also ist das in dem fall der 70 cm band und ja also ich sag mal 56 milliampere stunden akku jetzt mal schauen datensheet ob da noch genau was drinsteht weil du schon gesagt hast gerade so sachen wie display sind ja auch interessant was dabei steht gut lte kann das teil das ist klar nee aber über solche sachen also gut 32 gigabyte intern speicher 3 gigabyte ram hat android hat 13 megapixel kamera gps glonass bei du wlan bg nr ac bluetooth 4 1 aber über die display auflösung zum beispiel steht jetzt nichts dabei aber ja ich denke mal wird natürlich jetzt etwas beschnitten sein im vergleich zu anderen geräten schätze ich mal aber ja wer auf sowas bock hat ja das sieht halt schon sehr wie ein funkgerät aus also großen display quasi ja mit einem display einfach vorne dran und ja wenn man darauf bock hat genau so dann würde ich sagen weiter im text genau dann habe ich noch so mal aufgeschrieben erfahrungsbericht home office ist glaube ich auch mal ganz ganz interessant da sich mal auszutauschen ihr seid ja alle noch im home office schätze ich mal es hat sich ja nichts geändert wird es langsam nervig oder haltet ihr das noch aus also ich finde es auf dauer ein bisschen ermüdend weil einfach ja weiß nicht es fehlt so ein bisschen der 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 persönliche kontakt sage ich jetzt mal also sozialer kontakt hat man ja trotzdem noch weil sie mal heißt social distancing finde ich jetzt eigentlich ein bisschen falsch ist ja also der physikalisch die physikalische räumliche trennung ich meine wir sind ja über videokonferenzen was auch immer telkos immer untereinander am quatschen aber es ist noch mal was anderes wenn du halt mit den leuten einfach so reden kannst irgendwie auf dem kaffee oder so auf dem bier auf dem kaffee ja bei dir ist das normal in bayern genau feierabend bier um zwölf nein so spät ist so nee aber das ist natürlich schon ein bisschen sagen man merkt ich sag mal wenn die jetzt mal vielleicht so wenn einer mal eine woche im home office ist oder so das ist alles kein problem ich finde du merkst jetzt auf dauer wenn es dann so auf die zwei drei wochen langsam zugeht es ist schon finde ich tendenziell ein bisschen weniger arbeit die irgendwie anfällt ich habe das gefühl es läuft alles ein bisschen langsamer es fehlt auch irgendwie immer noch ein bisschen austauschen ich glaube dass viele leute auch noch nicht so ganz damit klarkommen also die zwangsweise da und ich denke mal die meisten können auch mal einen tag oder eine woche von zuhause arbeiten das ist gar kein problem aber wenn du halt dauerhaft daheim sitzt mir geht es ja genauso ich finde es ist irgendwie was fehlt halt so mit halt ich habe halt nicht in normalen bürostuhl ist auf einem normalen stuhl das ist eine sache die mich schon wahnsinnig nervt das total unbequem dann keinen höhenverstellbaren tisch also so sachen also irgendwie ist halt nicht so die gewohnte arbeitsumgebung wo man sich so eingegroovt hat und ich bin gesagt ich habe mir die bildschirm aus der arbeit mit heim geholt also unser arbeitgeber das offiziell erlaubten gesagt hier in der situation solange es wieder mitbringt ja gut ist es natürlich schon einfacher weil ich sag mal auf dem 14 zoll laptop das zu machen was ich auf drei bildschirme mache nein danke aber ja das ist scheiße ja das verstehe ich also wenn man sich jetzt zu hause nicht gerade so eingerichtet hat dann ist es glaube ich echt nervig also dass da habe ich auch irgendwo war das glaube ich bei zdf oder wo ich das gesehen habe ja eine kleine familie also er arbeitet irgendwie ich glaube in einer anwaltskanzlei also auch oder steuerberater oder irgendwas und sie arbeitet bei einem bei einem antiviren hersteller so und jetzt haben beide natürlich erstens mal natürlich kein büro ist ja klar müssen beide home office machen sitzen beide am küchentisch und eigentlich darf der partner gegenüber darf nicht mitbekommen was der andere macht weil das ja beides irgendwie hoch kritische sensible daten sind also ganz blöde geschichte ja quasi auch so also bei meiner freundin ist auch im home office die machte den ganzen tag hier ist sie mit kundendaten dran und telefoniert und ich sitze ja sitze am schreibtisch ich sitze quasi am küchentisch am esstisch und macht da ja auch nicht mal recht viel firmen interner sage ich mal und ich meine irgendwie it banken verkehr ist ja auch nicht alles sag mal kasselig überall nachlesen das ist ja nicht für jedermann gedacht aber es geht halt jetzt einfach nicht anders ich meine das soll man machen also er soll mich auf die die terrasse setzen ja genau ja oder so eine wahlkabine dazwischen genau und alles mit eierkarton ist ausgekleidet der schall ja nicht rüber kommt es ist es ist schwierig aber das bei solchen sachen weil ich meine ich bin halt da auch wieder in meiner bubble ich habe hier mir einen guten schreibtisch alles hergerichtet ich habe so einen dx racer stuhl den habe ich ja schon länger das ist ja so bequem da kannst du auch mal bequem 12 13 stunden sitzen sollst du natürlich nicht ist brauche nicht drüber reden aber man kann eine längere zeit da wirklich bequem drauf sitzen ist halt einfach so und habe einen guten schreibtisch mehrere bildschirme und so und wenn man sich halt so eingerichtet hat dann sagt man hey home office ist doch fast besser als auf arbeit obwohl ich auf arbeit auch einen guten schreibtisch habe und alles keine frage aber letztendlich sage ich mal merke ich halt kaum unterschied also so wie soll ich sagen so unterschiedlich können halt auch wieder die ansichten sein wenn es jetzt um das thema home office geht zum beispiel die kaffeemaschine die ist bei mir zu hause besser als auf arbeit der kaffee zu hause ist besser im home office deswegen ist es einfach schwierige situation aber da aktuell habe ich noch kein home office collar aber das liegt auch daran dass ich halt dann nicht komplett im home office bin weil irgendwann muss man sich auch mal muss man auch bei den servern mal nach rechten gucken und mal im rechenzentrum irgendwas machen und das geht halt nur vor ort also das kann ich natürlich gibt noch keinen roboter der das irgendwie macht also noch nicht aber da muss ich halt dann trotzdem raus ich meine klar was halt komplett wegfällt ist der ganze kunden kram also geht halt klar ist aktuell will halt kein kunde dass man unbedingt da was vor ort macht genau aber das ist so mein thema georg wie sieht es eigentlich aus mit mit homeschooling nervt langsam also schon ein bisschen anstrengend ansicht ist ja in der schule ist es halt einfach strukturiert du hast in der schule hast der struktur und auf einmal wissen nach hause geworfen und dann so okay du hast überhaupt keine struktur und mein persönliches problem ist auch dass es zu hause viel zu viele sachen gibt wo man machen könnte so kleine projekte wo man angehen kann irgendwie schnell noch irgendeinen artikel den man durchlesen kann oder youtube video und da kommt das lernen irgendwie zu kurz so dass ja so das thema selbst disziplin einfach deshalb das höre ich auch von vielen die situation ja das höre ich auch von vielen dass die dann auf einmal irgendwie also ich weiß nicht woran es bei mir liegt keine ahnung aber irgendwie schaffe ich das trotzdem dass ich wirklich sehr fokussiert also ohne dass ich jetzt damit angeben will aber das ist mir auch hat mich selbst auch überrascht weil ich gedacht habe bei mir ist es auch ein bisschen schwierig aber es ist bei vielen echten thema also höre ich auch von kollegen die sagen also ob ich zu hause so konzentriert arbeiten kann und wirklich so strukturiert wie es mir wie es in der firma macht das ist eine andere geschichte wie gesagt bei mir aktuell funktioniert gut zum beispiel was ich auch nicht könnte es gibt auch leute die gucken währenddessen irgendwie serien oder so ich weiß ob ihr das macht aber ich mache es nicht weil dann könnte ich mich nicht wirklich konzentrieren also gar nicht ehrlich geschehen ich immer das guter nebenbei aber also ich habe mal eine zeit lang ja musik höre ich auch ich habe eine zeit lang zwischendurch nebenbei die feuer und flamme noch mal laufen lassen also sachen interessiert hatten aber das ist halt so auf einem ganz kleinen bildschirm rechts und ich habe heute nur den ton mitbekommen das geht aber auch nicht dauerhaft weiß ich nicht auf dauer wirst du dann auch blöd wenn ich konzentrieren muss ja dann ruft jemand anderen ach nee das ist auch zu viel arbeit und jetzt sowieso nicht weil ich meine über vpn den vpn noch extra belasten mit irgendwelchen videos oder online spielen wie sowohl vor allem ist mit gelockt genau also das muss ja nicht sein ja genau ja das ist auch so ein thema wo ich halt auch nicht verstehe immer im ich meine wenn man im itsec arbeitet und firewalls betreut dann sieht man da sachen und man denkt sich halt so oft sind mal die leute checken die das nicht dass jede website mitgeschnitten wird die man aufruft über einen firmen vpn oder auch in der firma haben habe es doch jetzt premium gratis ja genau kleiner tipp vielleicht für deutschland nicht nur für italiener ja haben sie es jetzt echt auf alle arbeit ja tatsache und zwar ich kann es mal auf flatten the curve stehe extra dabei hilf uns dann kannst du ankreuzen ob du ob du warte ich ja auf das kann ich ganz kurz einschieben ist ganz lustig so premium mal schauen ob ich es finde genau hier gratis woche auf porno premium kein scherz beginnen die kostenlose woche jetzt man stehe extra dabei hat wenn du das machen willst dann musst du halt angeben ja ich versuche zu hause zu bleiben kann aber nicht garantieren oder ja ich bleibe ich sperre mich zu hause ein und benutze porno premium um quasi zuhause zu bleiben ich da genau fand ich ja so beschäftigen in anführungsstrichen ja gut ja es kann auch das ganze toilettenpapier langsam wird es dann doch ein bisschen sinnvoll naja egal es gibt ja auf 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 dem postillon gibt es ja auch noch die den artikel wo erklärt wird was für tolle gerichte man aus klopapier nudeln machen kann ist auch zu einer lese empfehlung mal also wer da noch nicht weiß was er mit seinem toilettenpapier machen soll mit den nudeln da gibt es das ein oder andere rezept ja genau aber das glaube ich ist echt ein problem es gibt ja auch um noch mal auf das thema homeschooling zurückzukommen das ist ja so unterschiedlich teilweise gelebt ohne dass ich jetzt mal komplett die zeit sprengen aber ich habe damit gekriegt also manche schulen da gibt es einfach lehrer die ballern halt einfach ihre aufgaben mal per e mail an alle schüler in der hoffnung dass die das dann irgendwie erledigen oder dann gibt es halt auch welche die sagen ja moment ich schicke ich schicke das jetzt um 13 uhr raus und liebe schüler abends um 19 uhr ist dann abgabe für diese sachen also das ist halt auch irgendwie super nervig ich weiß auch nicht ob das so sinnvoll ist dann gibt es die die nutzen halt eben die microsoft office plattform dann gibt es welche die schieben das zeug über dropbox raus ich glaube am nervigsten ist es wenn du dann irgendwie eine schule hast oder wo der eine lehrer dann das macht und der andere lehrer das macht und du musst dir dann erstmal eine liste schreiben aha der herr meyer macht das über dropbox der herr müller macht es über google drive und was weiß ich der herr kolb der macht das wiederum über office 365 also noch blöder geht es ja wohl kaum das kann ich bestätigen weil bei uns war es so am anfang bevor teams also das war absolut grausam das ist jeder macht so sein eigenes ding und du musst erst mal das alles sammeln wer wo was macht und welches passwort ist da und mit welchen login daten dort das war anstrengend das kann ich mir vorstellen so naja aber um da noch ein bisschen weiter zu machen weil das eigentlich ganz interessantes thema ich glaube was in hamburg da machen sie so da haben es irgendwie die lehrer abgestellt und freiwillige die packen dann das schulzeug drucken das alles aus und bringen das dann den einzelnen hin oh gott das das hat nämlich den hintergrund weil ja die sache ist nicht jeder hat kann sich ja so ein laptop leisten oder hat ein laptop zu hause oder vielleicht ist ein elternteil das über home office gerade ist und naja dann kann das kind nicht an den rechner teilnehmen ja okay das verstehe ich dann irgendwo wieder ja das ist halt wieder so aus aus meiner luxus sicht mit hier rechner und alles vernetzt und was weiß ich ich habe halt die möglichkeiten da an sowas denke ich dann halt meistens gar nicht das ist halt irgendwie für uns selbstverständlich oder gerade jetzt auch für leute die das jetzt beruflich brauchen home office ja die kriegen halt vom arbeitgeber bestenfalls ein gerät gestellt auch wenn es nur ein 14 soll notebook ist aber du kriegst halt was gestellt und dann stellt sich die frage gar nicht nach dem gerät aber klar wenn ich jetzt ein schüler gerade bei uns hier in deutschland wissen ja sehr analog unterwegs in anderen ländern wo jetzt sag ich mal laptop klassen oder notebook klassen wie so schön heißt heißt bestimmt da auch viel anders aber oder komplett anders aber in deutschland heißt es ja so wo dann normal sind da hat natürlich jeder ein gerät ob das jetzt ein ipad ist oder irgendwas halt ist bei uns nicht selbstverständlich das stimmt und dann ist halt wieder noch der faktor kann sich der schüler das leisten und das ist halt auch was schulen die sich darüber noch keine gedanken gemacht haben die werden da jetzt reingeworfen und die müssen jetzt dafür sorgen dass es irgendwie funktioniert und wenn ich jetzt von anfang an so eine laptop klasse habe dann habe ich ja zumindest auch schon mal bei den finanziell schwachen familien habe ich mich ja schon mal darum gekümmert dass die irgendwie ein gerät bekommen aber macht es jetzt mal in der krise mal ganz schnell mal eben was nicht geplant war also da muss man auch die lehrer teilweise ein bisschen verstehen dass das halt auch schwierig ist ja was auch bei den lehrern das problem war die haben die sind da auch ins kalte wasser die haben ja keine schulungen darüber bekommen das ist ja ich habe einen artikel gelesen oder einen kommentar die hat gemeint es wäre eigentlich besser gewesen wenn man da eine woche gesagt hätte dann mach mal ferien dass man die eine woche zeit haben dass die lehrer sich da zusammenregen und schulungen bekommen genau was aufbauen und dann ich meine nachdem ja die leute sowieso nicht wegfahren können hätte man ja auch die eine osterwoche vorziehen können für diese geschichte und dann von den eigentlichen ferien halt abziehen und dann sind die osterferien halt nicht am stück was den leuten sowieso nichts bringt weil die können ja eh nicht weg gibt ja keine urlaubsreisen und besuchen darf man ja eigentlich oder soll man sowieso niemanden und wie auch immer also von daher wäre das vielleicht sogar echt die bessere variante gewesen ja aber ich hoffe dass sie sich wenigstens jetzt in den ferien mal zusammen hocken weil momentan sieht es nicht so aus also ich weiß nicht das ist ich bin ich sehe skeptisch dass wir nach ostern wieder in die schule gehen ja also ich ehrlich gesagt auch also es gibt einige faktoren die wir ehrlich gesagt so ein bisschen noch die sorgen falten auf die stirn treiben wo ich dann sag eigentlich glaube ich nicht dass wir vor ende mai wieder über ein normales einigermaßen normales geregeltes öffentliches leben reden können und deswegen glaube ich auch dass das ganze mit der schule dass die ferien auf jeden fall oder dass es nach den ferien immer noch nicht normal weitergehen wird in den schulen das kann ich mir nicht vorstellen und auch bei den betrieben kann ich mir das nicht vorstellen also aber gut vielleicht werde ich eines besseren belehrt umso schneller umso besser aber gut vielleicht wird es ja so wie es trump gesagt hat diese ganze krise es wird wie durch ein wunder verschwinden es ist schon mal krass wenn du trump zitiert das ist schon ungewöhnlich ja weil es ist passt weil es einfach so herrlich naiv ist ja was jetzt auch rauskam habe ich heute beim spiegel gelesen bei spiegel online dass er trump jetzt mittlerweile auch hilfsgelder beantragt hat für seine unternehmen also jetzt merkt er das halt auch wirtschaftlich dass es aktuell dass wir uns in einer krise befinden und für das dass es am anfang nur ein china virus war und eigentlich total unwichtig und so geht es halt jetzt bei den amis ohne dass es irgendwie schön reden zu wollen richtig rund und es ist schon heftig na aber ich meine aus letztendlich ausbaden muss denkt die ganze auf gut deutsch scheiße halt die bevölkerung na also ich meine trump ja letztendlich trump hat dann nichts zu befürchten jetzt erst mal moment im moment sag ich mal aber es ist schon bitter also wir werden sehen gut genau haben wir zum thema home office noch irgendwas ich erst mal nicht außer es gibt ein was vielleicht noch das verlinke ich euch in den show notes es gibt von der t3n gibt es einen ganz guten home office guide oder so ein white paper wie auch immer man das nennen möchte das sind so ein paar sachen eben empfehlungen und und so finde ich ganz gut also gerade also auch für leute die vielleicht schon länger home office machen aber es sind so ein paar denkanstöße dabei ich glaube das könnte man oder sollte man sich mal angucken und mal überfliegen und mal gucken was trifft auf einen zu und was könnte man vielleicht übernehmen oder oder eben nicht übernehmen genau so vom home office zu auch was was man zu hause macht fällt jetzt keine gute überleitung ein na wir haben es ja vorhin gesagt dass manche leute währenddessen so ein bisschen serien gucken und das sind dann auch diejenigen die daran schuld sind dass laut unserer politik unser netz ja hoffnungslos überlastet ist angeblich wenn man das mal glaubt und ich habe mich ja ich meine ich habe es in der letzten folge schon mal ein bisschen angesprochen ich habe jetzt aber von fundierte informationen und ich habe jetzt auch mal noch mal alles ein bisschen durchdacht und habe auch noch mal mit experten sogar geschrieben mit jemanden der nichts anderes macht als netze zu verwalten und last zwischen netzen auszugleichen und so weiter und so fort und letztendlich kommen alle leute die in dem bereich arbeiten zu der erkenntnis die ich auch schon beim letzten mal hatte dass diese ganze geschichte mit wir müssen netflix drosseln weil sonst das internet kaputt geht und man merkt oder das argument ist ja von den politikern das war ja glaube ich ein eu politiker war ja auch das argument ja seht ihr unsere webkonferenz hängt und das ist ein grund dafür weil alle jetzt auf einmal netflix gucken oder was weiß ich you porn das ding ist ja das schlimme ist ja auch oder was ist schlimmer aber das ist ja auch was so ein thema diese ganzen die porn seiten die sind ja da mit keinem wort erwähnt worden man redet hier über netflix man redet über youtube aber man redet nicht über die porno websites und ich meine man darf nicht vergessen wahrscheinlich ist sehr viel traffic im netz halt auch diese ganze you porn und pornhub über die hälfte des traffic habe ich mal gelesen oder weit über die hälfte des traffic also könnte ich ja also ich glaube das macht halt auch viel traffic aus und das ist jetzt nicht unbedingt weil jemand sein breaking bad über netflix streamt oder was weiß ich und es sind so ein paar sachen die möchte ich einfach mal kurz ausführen damit wir das hier für ein für allem mal geklärt haben und damit ihr als zuhörer rausgehen könnt und den finger erheben könnt und ganz elitär sagen könnt ich weiß es besser und ich habe da informationen nein jetzt spaß beiseite aber es ist halt einfach es gibt viele fakten die einfach gegen eine überlastung sprechen ein fakt ist zum beispiel mal der knotenpunkt in deutschland der dezix in frankfurt das ist ja auch europas größter knotenpunkt wo praktisch die ganzen großen anbieter dranhängen und diese inter connections machen bedeutet wenn ich als anbieter ich bin jetzt zum beispiel telekom und ich habe jetzt irgendein anbieter zudem habe ich kein direktes peering also peering bedeutet immer wenn ich an irgendeinem datenpunkt zwei netze miteinander verbindet dann habe ich ein peering ein so genanntes peering und wenn ich sowas nicht habe dann muss ich über so einen interconnection point wie der dezix gehen es gibt auch in amsterdam die am six zum beispiel es gibt sogar viel kleinere in nürnberg gibt es zum beispiel auch einen knotenpunkt der heißt glaube ich sogar ein six und da muss ich über so einen exchange point gehen wenn ich keine direkte verbindung zu dem netz habe so und an diesen exchange point da versammeln sich halt tausende provider carrier wie auch immer und versuchen da halt die verbindungen möglichst gut zur verfügung zu stellen also auch dieses thema die dezix stellt sich zwar immer gerne so ein bisschen da wie wenn der komplette traffic des internets über ihren knotenpunkt geht stimmt nur bedingt also es geht eigentlich immer nur dann über den knotenpunkt wenn der anbieter oder der server keine direkte verbindung zu dem anbieter hat jetzt gibt es aber in deutschland zum beispiel große data center wie zum beispiel eine eins und eins eine strato was weiß ich eine hetze online microsoft google die haben alle direkte verbindungen in die netze der deutschen telekom zu vodafone zu kabel deutschland wie sie alle heißen da haben die sogenannte direkte peerings direkte netzübergänge so dieser traffic geht dann natürlich direkt in diese netze rein das heißt wenn ich einen server mal traitiere der bei eins und eins liegt dann geht er nicht über frankfurt das heißt also der knotenpunkt in frankfurt wird da schon mal nicht belastet so das ist der punkt eins das sind natürlich die netflix server nicht da muss man sagen netflix arbeitet wieder anders netflix und amazon prime video und apple wie heißt es apple video kann es sein itunes video wie auch immer ihr wisst was ich meine der streaming dienst von apple die haben sogenannte caching racks oder caching boxen bei großen anbietern im netz das heißt wenn ihr bei netflix einen film guckt dann wird er nicht von netflix server aus den usa geladen oder von der aws instanz wo netflix drauf liegt sondern der kommt aus der caching box aus dem rechenzentrum eures providers so und das ist halt so eine geschichte das checken halt viele nicht und das ist halt einfach so ein punkt wo viele dann sagen ja das muss doch dann immer bei den dezix gehen warum ist der nicht überlastet naja aber das ist so ein punkt dass halt viele überhaupt nicht auf dem schirm haben aber ich lese gerade der georg hat die hand erhoben nee 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 das ist bloß war nur ein test war nur ein test alles das ist das ich habe nicht gemerkt dass es noch nicht abgeschickt haben ach so ja gut ihr müsst wissen wir haben nämlich jetzt hier so ein chat am laufen wenn jemand was sagen will dann kann er die hand erheben und georg hat gerade die hand erhoben deswegen okay also zurück zu dem caching boxen also diese ganzen geschichten kommen aus den rechenzentren eurer provider das gleiche gilt zum beispiel auch für die windows updates wenn ihr euer windows updated dann kommen diese windows updates nicht von microsoft aus redmond sondern die kommen aus dem rechenzentrum eures providers weil da hat microsoft caching boxen stehen oder in dem fall ist es glaube ich akamai weil akamai den das den rollout der windows updates für microsoft übernimmt und die sind im rechenzentrum von eurem isp und die kann sich jeder isp auch buchen je nachdem natürlich macht es keinen sinn wenn ich ein isp bin der nur 1000 kunden hat also so ganz kleine netzbetreiber die sind natürlich da ausgenommen aber die großen sage ich mal die haben alle solche caching boxen für alle möglichen systeme die halt viel traffic verursachen es gibt sogar für gewisse dienste die sehr dynamisch sind wie zum beispiel youtube ist ja sehr dynamisch weil da habe ich ja eigentlich ständig neuen content ich kann ja schlecht ganz youtube in jede in jeden carrier oder in jedem isp datacenter spiegeln das geht ja nicht aber zumindest die videos auf der startseite oder die videos die in den letzten stunden sehr häufig abgerufen werden die werden über solche caching boxen bereitgestellt so das heißt der traffic der geht überhaupt nicht über dieses netz so jetzt habe ich dieses thema caching boxen sehr ausgeführt was kann noch ein problem sein warum auf einmal alles langsam ist das kann zum beispiel auch sein dass einfach die verbindung beschissen ist zu meinem verteiler punkt also zum sogenannten dieslam dass das einfach schlecht ist beispiel kabel netzbetreiber ich meine kabel deutschland ich weiß nicht david hattest du nicht auch mal kabel deutschland schon ein bisschen ja genau wenn eltern noch damals ja genau und da ist ja das problem in viele leute gleichzeitig ins netz gehen dann werden diese verteiler kästen die werden dann irgendwann überlastet diese die slams weil die haben halt nur eine gewisse bandbreite die teilst du dir mit anderen und die sind meistens halt auch relativ schlecht angebunden und du hast zwar in der theorie dann vielleicht ein gigabit in dein haus rein downstream kriegst aber dann zu spitzen zeiten wenn viele auf diesen die slam abrufen dann kriegst du halt nur was weiß ich 10 mbit rein wir haben es ja im eigenen leib mal erfahren das war ich glaube die cebit 2014 oder so wo ich mit georg in hannover war in dieser ferienwohnung wo ich dann irgendwann abends gesagt dass dann mal irgendwie das internet das funktioniert ja nicht mehr wie mittags oder so hatten wir fast 100 mbit und dann abends auf einmal habe ich gedacht irgendwie habe ich schon gecheckt ob irgendwie meine ganzen cloud dienste da irgendwas runterladen oder hochladen aber da war nichts das war einfach die leitung war einfach dicht und das kann auch ein grund sein und da das hat überhaupt nichts damit zu tun dass uns das internet irgendwie umkippt und das nächste ist dns zum beispiel dns server diese ganzen dns server in den netzen selber bei den providen sind oftmals sehr schrottig muss ich leider auch über die deutsche telekom sagen also ich verwende seit jahren keinen telekom dns server mehr zum beispiel den verwende ich aktuell von von cloudflare oder ich verwende sogar den dns server von von kurs of you den könnt ihr jetzt nicht verwenden weil der ist bei uns im rechenzentrum der ist nur für unsere server gedacht aber den verwende ich halt auch weil der halt sehr gut performt und wenn da irgendwas klemmt ja dann kenne ich zumindest den provider oder den den betreiber von dem server und dann kann ich denen mal ordentlich sagen was sache ist und kann dann mich selber darum kümmern unter umständen aber ihr wisst wo die sache hingeht also das kann auch an der namensauflösung liegen und für den laien sieht es halt dann so aus wie wenn der server halt einfach langsam ist dabei ist es in wirklichkeit dns problem und gar kein problem vom vom netz so wirklich und irgendwie haben diese ganzen provider auch ihre dns server meistens nicht so gut im blick und kriegen das irgendwie nicht richtig hin das load balancing aber die ganz großen also sei es cloudflare oder auch meinetwegen wenn es unbedingt sein muss auch der google dns zum beispiel der performt halt auch gut was gibt es noch es gibt von ibm das wäre was für ein david gibt es ja den diesen 999 oder wie heißt der mensch kennst du nicht mal und der ist von ibm bin ich aber enttäuscht ja das ist dann nicht echt kalt erwischt dann gibt es der ist auch öffentlich 999 das ist so wie 1 1 1 1 genau 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 und der court nein ist das court nein genau so hieß der die dieser dienst der von ibm mit ins leben gerufen wurde genau und dies sind halt die performen halt gut einfach muss man sagen genau nähern ansonsten klar also ich meine natürlich diese ganz wir hatten es ja vorhin schon bei den videokonferenzen es gibt halt viele anbieter die einfach aktuell hoffnungslos überlastet sind aber da ist halt der server auf der anderen seite das problem und weniger dass das internet einfach überlastet ist und im d6 in frankfurt wie gesagt der wird nicht immer benutzt also wenn ihr irgendwas abruft das geht nicht immer über den d6 wie manch einer vielleicht denkt die haben jetzt einen peak traffic gehabt von 9,1 terabit pro sekunde das klingt erstmal viel aber die haben gemeint ja das ist nicht mal ich glaube nicht mal die hälfte dessen was sie leisten könnten und sollte das erreicht sein dann schieben die einfach hardware nach also die haben die haben kein problem damit die rechnen schon damit dass sie noch was nachschieben müssen warum rechnen die damit ganz einfach ist kritische infrastruktur punkt 1 das heißt die haben immer noch ausweich hardware ersatz hardware wie auch immer vor ort das andere ist die müssen ja auch mal mit einem angriff traffic rechnen also die das attacken zum beispiel und so weiter und da müssen die halt auch noch mal ein gewisses ja gewissen puffer haben weil es gibt ja mittlerweile auch die das attacken im terabit bereich also wir hatten zum glück noch keine solche die das attacke weil dann würde ich mir gedanken machen aber ich sage mal so sowas ist natürlich sowas gibt es natürlich das sind so die die punkte jetzt habe ich mal so ein bisschen los natürlich ein punkt noch aber den möchte ich jetzt nicht weiter ausführen großartig nur mal kurz erwähnt haben es gibt natürlich auch anbieter wie die telekom die ein wirklich beschissene peering politik politik haben die telekom das habe ich ja schon mal ich glaube von paar tech talks schon mal erwähnt dass die mit data center betreibern sehr ja schlecht umgehen das heißt also du musst für jeden mist bei denen für jeden furz auf gut deutsch musst du da extra bezahlen und es gibt normalerweise so eine ist es ein ungeschriebenes gesetz normalerweise dass ja netzbetreiber untereinander ein kostenneutrales peering durchführen das heißt wenn sich zwei anbieter in einem netzknoten irgendwo treffen und wollen peering machen bezahlt jeder seine seite und bei der leitung bezahlt jeder die hälfte und bei der telekom sieht so aus du musst alles bezahlen bloß noch den traffic der reingeht weil die telekom entschuldigung arschloch ist und deswegen muss man bei der telekom alles bezahlen und das ist auch der grund warum der ein oder andere rechenzentrums anbieter sagt das geld spare ich mir und dann geht der traffic zur telekom komplett über den dezix weil die telekom einfach zu teuer ist dieses thema hatten wir bei curso for you auch wir haben das geld in die hand nehmen müssen weil wir gemerkt haben über den dezix das ist nicht so geil die pink zeiten sind sehr hoch jetzt haben wir ein direktes peering ins netz der deutschen telekom und jetzt auf einmal haben wir zehn millisekunden bei unseren servern davor war man teilweise bei 30 40 millisekunden weil es halt einfach über 1000 router gehen musste und ich habe auch keine probleme mit mommel mehr ich hatte auch ordentlich probleme damit als telekom kunde genau und und jetzt kaum nimmt man geld in die hand auf einmal funktioniert es aber das ist halt leider Gottes nur bei der telekom so schlimm jeder andere anbieter ob das jetzt vodafone ist oder was weiß ich nehmen wir mal einen ganz kleinen telekolumbus zum beispiel oder netcolon oder so da gibt es überall peerings zu google haben appearings zu microsoft in die datacenter nur die telekom ja scheißt also rum auf gut deutsch und will dafür jeden mist extra geld haben irgendwann reicht es halt vielen datacenter betreibern und die müssen halt dann einfach weil sie merken okay wir haben so viele paketverluste ins netz der deutschen telekom und nachdem ja sehr viele kunden da hängen muss man dann halt irgendwie einen sauren apfel beißen und sagen okay scheiß auf unsere peering policy oder auf unsere auf dieses ungeschriebene gesetz wir nehmen das geld in die hand und verbinden uns halt da kostenpflichtig aber eigentlich eigentlich sollte man erwarten dass es eine selbstverständlichkeit ist aber nicht bei der deutschen telekom da lässt man sich alles vergolden und noch mal doppelt bezahlen weil letztendlich hat ja habt ihr eigentlich als dsl kunden die telekom schon dafür bezahlt dass sie möglichst in alle netze gute verbindungen aufbaut aber nein die telekom die sagt hey wir sind so groß und so arrogant wer mit uns arbeiten will dann muss erstmal ordentlich geld bezahlen naja gut aber das ist so viel dazu genau ich habe euch noch mal ein paar sachen verlinkt ich habe euch einmal die statistiken in die show notes gepackt man kann auf der dezic seite kann man sich den traffic in echtzeit fast in echtzeit angucken der durch den knotenpunkt geht das finde ich ganz interessant das sieht man zum beispiel auch wann die peak zeiten sind also wann der traffic zunimmt also man sieht zum beispiel dass in der nacht relativ wenig los ist über den knotenpunkt in frankfurt und dass man halt so den peak zwischen ich meine das ist kein geheimnis leute die sich mit netzen beschäftigen die kennt es zwischen 20 und 22 uhr ist meistens der peak am größten manchmal geht es noch bis 23 uhr also meistens so am wochenende und dann fällt es eigentlich relativ schnell wieder ab und wie gesagt der aktuelle peak liegt bei 9,1 terabit und jetzt wo wir gerade aufnehmen liegt der peak wahrscheinlich dann auch eher so richtung naja 9 terabit und genau aber das könnte euch da mal angucken ich habe euch auch mal was habe ich euch noch verlinkt genau ich habe euch dann auch noch mal den artikel dazu verlinkt wo der dezics halt erklärt okay was tun wir dagegen dass wir nicht überlastet sind und so weiter und ja könnt euch mal angucken wenn euch das interessiert ich wollte nur mal mit diesem mythos aufräumen weil das regt mich halt auf und mich haben schon diverse leute gefragt haben gesagt hey wie sieht es denn aus ihr macht ja auch viel mit hosting server und routing und was auch immer haben wir denn ein problem ja oder nein und ich sage ganz klar nein und viele experten sagen auch wir haben kein problem das problem ist meistens hausgemacht und befindet sich im netz der provider oder halt auf der letzten meile oder eben im dns oder wie auch immer gut ja ich würde sagen vom thema hausgemacht geht es gleich weiter genau hausmacher bei uns genau dinge die auch brennen neben den backbones bei der dezics sind mobilfunkmasten in großbritannien da haben nämlich ein paar verstrahlte die der meinung sind dass unter anderem 5g für die verbreitung des corona virus verantwortlich ist mehrere mobilfunkmasten angezündet und das lustige dabei ist dass mindestens einer von denen noch nicht mal den neuen mobilfunkstandard unterstützt hat ganz interessant fand ich dazu auch den kommentar des direktor des britischen national health service der meinte das sind auch telefonnitze die für unseren rettungsdiensten und unserem gesundheitspersonal genutzt werden und ich bin absolut empört absolut angewidert dass die menschen gegen genau diese infrastruktur vorgehen die wir brauchen um auf diesen gesundheitsvorfall zu reagieren und da hat er natürlich den nagel auf den kopf getroffen und auch diese verschwörungstheorie dass 5g die ausbreitung von dem virus beschleunigt weil die das immunsystem schwächen würde dafür gibt es erstens noch nicht mal wissenschaftliche beweise und zweitens findet auch in gebieten wo es kein 5g gibt zum beispiel im iran eine sehr starke verbreitung vom corona virus statt also es passt überhaupt nicht zusammen und unter anderem was ich noch viel krasser fand neben aber daneben den angezündeten mobilfunkmasten hat man auch noch mitarbeiter von telekommunikationsfirmen drangsaliert und beschimpft und das krasseste war echt dass arbeitern beim verlegen von glasfaserleitungen vorgeworfen worden sei dass die technik zum töten der bevölkerung installieren also echt braucht mal irgendwas oder so war kommt mal wieder runter ja es ist krass also wie welche auswirkungen das hat weil du siehst ja jetzt auch in anderen ländern nicht nur in großbritannien sondern auch ich weiß nicht war das in südafrika wo teilweise einheimische dann auf weiße geschossen haben weil sie gesagt haben hey die bringen den corona virus ins land also oder bei uns hier jetzt in koberg konkret wurden asiaten beschimpft dass sie den corona virus einschleppen wie sich dann rausgestellt hat war das eine studentin die schon in deutschland geboren wurde aber halt in koberg studiert die kann natürlich sehr viel dafür die war noch nie in china aber die hat natürlich den corona virus nach koberg gebracht ganz klare sache ja ganz schwierig aber das sieht man mal wie die leute jetzt ausrasten aber gut diese verschwörungstheoretiker das sind teilweise schon leute für vieles bereit muss man ja auch wirklich sagen da habe ich auch noch ein beispiel das habe ich heute in unserer regionalzeitung gelesen da hat jemand politiker angezeigt die auf einem bild für die presse zu nah aneinander stand genau ja es gibt jetzt zum beispiel ich habe heute auch noch gelesen wenn wir schon mal dabei sind dass die katholische kirche jetzt dagegen vorgehen will rechtlich dass die keine messen mehr abhalten dürfen und da hat jemand drunter geschrieben das finde ich auch sehr richtig naja man könnte ja trotzdem messen abhalten aber die leute die da rein gehen die müssen halt dann unterschreiben dass sie auf einen intensiv stationsplatz verzichten weil ich meine die setzen sich ja dann ein hohes risiko aus und die wissen davon und dann ich meine aber sollen sie halt video konferenz machen genau ist ich bin jetzt nicht wirklich ich bin jetzt nicht wirklich religiös aber wenn wenn jemand halt wirklich das bedürfnis hat dann ist es doch völlig wurscht ob er zu hause betet oder ob er jetzt in der kirche betet ich weiß es nicht also irgendwie geht mir das nicht in den kopf rein ich meine man sieht ja ganz dazu ich habe es ja auch schon gesehen hier im einkaufszentrum dass halt da muslimien gebets zeppich ausgebreitet haben also die kriegen es ja auch hin und wenn es dir so wichtig ist dann kannst du es ja auch woanders machen wenn ich da kann es ja auch zu hause beten also nehmen wir mal das beispiel meine oma die ist ja auch also ist jetzt nicht also sie ist jetzt eine kirchgängerin sagen wir es mal so ich weiß es nicht ob man jetzt als religiös bezeichnen kann aber sie geht halt regelmäßig in die kirche ist ja soweit okay so und sie hat jetzt folgendes gemacht sie hört jetzt den kirchen podcast im radio bzw es ist eine radiosendung vom bayerischen rundfunk und den ruft sie halt jetzt am pc ab und hört die kirche jetzt über den pc aber die wird glaube ich auch im radio übertragen also es wäre auch eine möglichkeit so oder übers fernsehen dass man halt die kirche dann halt da überträgt und in anderen ländern ist es ja schon länger normal dass halt auch die kirche über der gottesdienst übertragen wird ja warum nicht auch in deutschland also ich meine jetzt wäre ja mal so eine möglichkeit wo man damit anfangen könnte vielleicht klar dazu muss ich sagen das machen es bei uns jetzt mittlerweile tatsächlich in unserem nachbardorf da gibt es heute die sonntagsmesse auf youtube was live oder als aufzeichnung als aufzeichnung weil es nicht einfach nur das equipment zur verfügung der ist halt bei uns im nachbardorf der ist halt jemand der halt mit kamera sehr fixiert ist und der hat es halt dann angeboten dass er das dann nachträglich dann hochlädt ja warum nicht mehr ist eine möglichkeit wie gesagt wenn es den leuten so wichtig ist dann muss man sich halt mal arrangieren ich bin ein bisschen ganz viele andere menschen jetzt auch und ja jetzt nicht schlimm also ich meine ich bin jetzt auch absolut nicht religiös und mit der kirche ist ja sogar ausgedreht ja genau aber ich sag mal wie gesagt die denen wird es wahrscheinlich auch nicht schaden mal ein bisschen digitaler zu werden also definitiv ich sag mal so ganz ehrlich also wenn jetzt bei uns hier die die evangelische kirche auf mich zukommen würde und würde sagen pass mal auf ihr macht ja hier ihr macht ja was mit video bei kurs ihr macht ja so dieses sogenannte bewegt bild dann würde ich sagen okay ja ich würde das für die aufzeichnen kein problem also das ist ja kein großer aufwand oder man könnte hier sogar in ebersdorf weil bei uns ist mittlerweile ja relativ gut ausgebaut brandbreit breitband ist ja relativ gut ausgebaut und dann könnte man ja sogar das ganze live übertragen ja aber es kommt niemand auf mich zu und von allein werde ich die natürlich jetzt nicht darauf aufmerksam machen weil das ist ja denen ihr bier und wie gesagt ich bin jetzt nicht sonderlich religiös dass ich sage wir brauchen das unbedingt aber wenn jemand auf mich zukommt dann bin ich auch so nett und bei solchen sachen helfe ich dann halt auch ganz gerne mal ja aber das wie gesagt ist halt bisher nicht passiert und die kirche ist da glaube ich noch ein bisschen altmodisch unterwegs und jetzt zu sagen wir klagen dagegen weil es keine gottesdienste gibt hallo also man kann so übertreiben ja so haben wir das auch geklärt jetzt fällt mir gar keine überlaufen ja gut vielleicht man es gibt auch bereiche wie zum beispiel halt eben jetzt die prävention im hinblick auf corona da könnte man auch ein bisschen digitaler werden und da gibt es jetzt die idee eine app auf den markt zu schmeißen oder es ist halt eine maßnahme von vielen so eine app raus zu schießen und es gab ja schon eine app von der telekom die war wohl relativ katastrophal im hinblick auf sie security aber ich wollte einfach mal mit euch drüber plaudern ganz kurz was ihr für eine meinung dazu habt würdet ihr das befürworten dass man sagt okay es gibt jetzt eine app eine corona app die sich jetzt jeder installiert oder sagt ihr das ist mir viel zu unsicher und meine daten und so ich würde sagen wir sind momentan eine krisensituation also ich würde schon befürworten und ich denke auch dass man mit dieser app auch wieder diese ausgangsbeschränkungen wieder lockern kann das ist wahrscheinlich auch die einzige möglichkeit sein wird das vorzeit sich zu lockern ja also ich finde das irgendwie praktisch wenn man sagt okay das merkt sich mit wenig kontakt was und wenn derjenige halt dann krank wird kriegst du auch einen hinweis dass du da mal zum arzt gehen solltest ja also finde ich sinnvoll die meinung kann man vertreten vielleicht noch einen kleinen denk anstoß informations anstoß ich habe neulich eine sendung gesehen weiß nicht mehr was es war auf jeden fall öffentlich rechtlicher rundfunk da war der linus neumann zu gast vielleicht der ein oder andere kennt ihn vielleicht das ist ein hacker und netzaktivist und ich glaube auch diplom psychologe vom chaos computer club und der hat eine ganz interessante methode vorgestellt wie man möglichst datenarm so eine app eben zusammen dengeln kann ich versuche es jetzt mal wieder zu zusammen zu bringen wie er das erklärt hat du installierst in der app auf dein smartphone die alle ja alle minute oder alle 30 minuten seinen token ändert und dieser token der wird immer wieder ausgesendet über bluetooth oder irgendwie sowas und jeder der sich in deiner nähe befindet sammelt praktisch diese tokens diese ids auf die die der gegenüber aussendet so da ist noch gar nichts mit namen oder irgendwas es gibt einfach nur diese tokens die generiert werden und letztendlich wird das dann irgendwann musst du das halt wieder korrelieren weil letztendlich muss ja dann irgendwann wenn jetzt der eine von den beiden sagt oh ich bin infiziert worden dann muss ja irgendwo die zuordnung stattfinden da muss ja der gegenüber dann benachrichtigt werden und dann muss man halt mit einer server infrastruktur arbeiten aber man könnte praktisch komplett ohne klarnamen ohne telefonnummer könnte man sowas abwickeln dass man sagt okay man hat nur noch einen server wo dann halt irgendwie gespeichert wird okay diese tokens die haben sich gesehen und wenn einer dabei ist der dann sagt okay ich bin infiziert dann kriegen die anderen eine mitteilung okay ich habe ich war in der nähe von diesen token natürlich irgendwann muss das gerät auch mal die daten übertragen dann an den server das ist halt auch wieder sowas irgendwann muss dann das smartphone halt das kann nicht offline laufen das ist ja logisch irgendwann muss dann mal das ganze an den server übertragen werden aber man könnte wahrscheinlich das sogar mehr oder weniger sehr anonym machen und vielleicht wäre das sogar die erste sinnvolle anwendung für eine blockchain also also es klang zumindest sehr machbar oder sehr interessant was sehr sympathisch ist der linus neumann ist halt auch ein it security experte was man halt auch an dem ansatz sieht weil jemand anders würde vielleicht sagen naja gut dann gibt es halt einfach einen server und dann gibt es hier eine id dann registriert man sich da und dann wird das da abgeglichen oder vielleicht sogar gar über die telefonnummer sondern er sagt halt nein wir arbeiten mit völlig unpersonalisierten tokens die random generiert werden alle 30 minuten ein neuer token und letztendlich muss man dann halt gucken mit wie viel daten man das ganze noch anreichert man würde aber die verantwortung wieder an den endanwender abgeben das ist vielleicht ein nachteil von dieser lösung weil es gibt ja niemanden der kontrolliert du könntest jetzt die benachrichtigung kriegen jo du hattest kontakt mit einem infizierten und du könntest sagen ja ist mir doch egal mir geht es gut ich mache weiter wie bisher wenn du jetzt ein verantwortungsvoller bürger wärst würdest du sagen okay ich gehe jetzt 14 tage in quarantäne auch wenn es mir gut geht aber es gibt sicherlich so ein paar schuldigung arschlöcher die dann sagen ja das ist mir egal naja aber das ist der ansatz von von ccc und vom linus neumann den ich ganz interessant finde und vielleicht wäre das sogar wirklich eine lösung david wie siehst du denn das ganze wo ich jetzt den ansatz gehört habe den du da auch gerade ja mal kurz ange angekratzt hast finde ich definitiv deutlich sinnvoller als wenn ich das was ich so über diese telekom ab da gelesen habe bekommen habe weil das ist halt ich bin halt da auch eher so auf der datenschutz seite und wenn dann ich meine das ist halt das erinnert mich gerade wieder so ein bisschen wie die nummer mit der digitalen gesundheitsakte oder so ein scheiß halt total unsicher alles dann soll ich da irgendwie daten rein dröseln und weiß ich nicht das muss nicht sein und ich weiß ja dass du immer so ein verfechter davon bist von leuten die sagen ha wir haben was mit blockchain gemacht einfach weil wir es können das natürlich recht das wäre in dem fall wirklich echt mal eine sinnvolle anwendung dafür ja und da sehe ich auf jeden fall eher den ansatz als jetzt mit hier so einer komischen app die halt absolut unsicher ist also weiß ich nicht ich da würde ich jetzt also ja an für sich verstehe ich den mehrwert dahinter und sehe ihn auch aber vielleicht ist einfach die umsetzung oder die die lösung die wir dafür momentan haben nicht die richtige ja vielleicht vielleicht sollte man wirklich den weg diesmal gehen anders wie es ja bei der sag ich mal normalen bundes it ist wenn es jetzt irgendwie um behörden und so weiter geht sollte man vielleicht diesmal wirklich den weg gehen und das ganze weil es ja so kritisch ist open source machen und vielleicht auch wirklich mit leuten aus dem ccc zusammenarbeiten oder mit irgendwelchen hacker spaces ich meine man sieht es ja jetzt in so vielen bereichen dass diese institutionen die von vielen leuten wirklich belächelt wurden nah diese nerds die machen da irgendwelchen computer kram dass die jetzt zum beispiel in der krise auf einmal aus dem 3d drucker irgendwelche hilfsmittel raushauen die halt in den krankenhäusern gebraucht werden diese die jetzt helfen bei solchen geschichten und das ist halt einfach dass was einfach unterschätzt wird und das hast du ja zum beispiel auch ich glaube wenn man jetzt mal so eine institution sucht die sehr unterschätzt wird dann ist es zum beispiel auch das thw in deutschland weil ich glaube dass viele leute den das thw völlig unterschätzen und gar nicht wissen was dafür leute teilweise dabei sind und was die im hintergrund alles planen und für ideen haben und auch amateurfunk gibt es ja auch diverse ansätze im katastrophenfall zum beispiel da netz zur verfügung zu stellen für rettungskräfte und so weiter da gibt es ja so viele ansätze und das wird glaube ich von der allgemeinen bevölkerung die jetzt nicht in dieser it nerd bubble sind wie wir wird das halt völlig unterschätzt ist mein eindruck ich bin jetzt einfach mal so frei und greife damit auch gleich den nächsten punkt auf weil das passt eigentlich super da zusammen weil du auch sagtest dass da halt auch viel potenzial ist ich meine der nächste punkt wäre unter anderem gewesen dieser hackathon wir versus virus den es ja letzte woche gab oder vorletzte genau und das passt halt eigentlich kann wie die force aufs auge weil ich war auch in einem team dabei was darum ging im prinzip überlebenswichtige medizinprodukte wie zum beispiel beatmungsgeräte oder auch die face shields masken und so weiter eine möglichkeit zu schaffen dass man da quasi von privaten makern leute die dadurch haben was auch immer eine plattform baut wo zum beispiel jetzt eine medizinische einrichtung sagt hey wir brauchen vielleicht noch mal für unsere älteren zuschauer mal kurz erklärt was ein hackathon ist ja ein hackathon ist ja im prinzip ein du hast ein problem das wird halt bekannt gegeben problem ist halt jetzt zum beispiel wie du gerade erwähnt hast diese face shields gehen aus oder wir brauchen da irgendwie mehr beatmungsgeräte und das wird ausgerufen das ist halt ein wettbewerb bei nerds oder bei it begeisterten leuten das gibt es halt im bereich programmierung das veranstalten oftmals auch so computer clubs aber auch unternehmen zum beispiel veranstalten das manchmal und es gibt dann halt auch ich weiß nicht ob es jetzt in dem fall so war aber es gibt manchmal dann auch preisgelder zum beispiel oder zertifikate die man dann bekommt wenn die lösung halt dann auf platz eins gewotet wird von der jury das gibt dann meistens auch eine jury ich weiß nicht wie es jetzt da war aber das ist so der klassische hackathon wie man ihn halt kennt bei diversen events genau das mal für unsere älteren zuhörer die sagen what the fuck was ist eigentlich ein hackathon ja perfekt zusammengefasst eigentlich genau da kann ich mal weitermachen also es gab wie gesagt diesen diesen virus der ist offiziell von fünf 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 für ein ministerium oder amt jetzt gewesen wir mal kurz nachschauen also der wurde von einer offiziellen stelle halt veranstaltet dieser hackathon das war jetzt nichts was irgendein computer club gemacht hat sondern war das weltweit oder war das nur deutschland war deutschland und ich habe moment ich habe es gerade wie weiß es virus da kann ich noch mal kurzen fun fact am rande erzählen da wurde ja auch ein slack genutzt also slack ist ja auch so ein kommunikationstool und die entwickler von slack die haben dann irgendwann mal die veranstalter angeschrieben haben gesagt hey leute das ist eigentlich nicht so gedacht dass da so viele leute in dem slack channel sind wir wissen nicht ob unsere server das schaffen ich weiß gar da waren irgendwann ein paar millionen leute in dem slack drin und das tool war halt nie dafür ausgelegt dass so viele leute in diesen in diesen channeln drin sind also das ist auch krass gewesen also man sieht die beteiligung die war halt einfach extrem hoch so jetzt haben sie gefunden genau also war der hackathon war aus lief quasi achten für achtundvierzig stunden ja okay dann fangen wir mal an das dritte mal dass ich rausfliege gerade keine ahnung was los ist dann fang ich wieder an was du im hintergrund runterlädst nichts hast du gerade hier dann dein pornhub premium geklickt mal den downloader angeworfen genau das habe ich nochmal an genau der hackathon lief quasi 48 stunden und es wurden über 1500 lösungen entwickelt die jetzt quasi in der umsetzung zum teil sind also es ging darum es gab so ein paar übergeordnete punkte mit mit sag ich mal problemstellungen da konnten sich verschiedene leute halt teams bilden und dazu ihre eigenen lösungen halt ja was auch immer entwickeln und es waren in den 48 stunden hier mal kurz ein paar zahlen und fakten dabei es gab 42.968 anmeldungen 28.361 teilnehmer teilnehmerinnen die ideen kamen von 1930 knapp 1900 drast ideengeberinnen und ideengebern und man kann sagen knapp 3000 mentoren oder mentorinnen die halt auch noch mal mit ihrem fachwissen dazu helfen konnten und die schirmherrschaft wurde übernommen von der bundesregierung beziehungsweise dem chef des bundeskanzler amtes und bundesminister für besondere aufgaben dem professor doktor helge braun und in dem rahmen habe ich da auch mitgewirkt wie gesagt in diesem team für den supply von solchen face shields masken was auch immer beatmungsgeräten was gerade ein problem war wir hatten dann kontakt mit kliniken und krankenhäusern die gesagt haben bei ihnen könnte es wahrscheinlich eng werden auch mit den beatmungsgeräten mit den adaptern dann zum beispiel auch durchflussmesser die direkt an die leitungen im krankenhaus angesteckt werden ist ein großes problem da haben wir dann wirklich in einem sehr einfachen sehr einfachen stil solche durchflussmesser haben wir entwickelt oder auch halterungen für die beatmungsschläuche und außen 3d drucker dann oder genau das sind im prinzip 3d designt worden wir hatten ein paar leute die halt auch drucker haben und zwischen dann immer ausgedruckt haben auch diese face shields und masken adapter für bestehende masken haben wir auch entwickelt und da gab es mehrere projekte da gab es die also wir haben uns damit einer noch kurz geschlossen wir gesagt haben der der sinn ist ja in dem fall dass wir einen mehrwert für alle bieten und nicht dass ein team jetzt hier die geilste lösung raushaut deswegen haben wir halt viel ergänzt und ich sag mal dass die die belohnung in dem sinne ist halt dass die die gewinner aus dem ganzen hackathon dass diese lösung halt unterstützt wird auch von der bundesregierung finanziell was auch immer dass es ins doing kommt dass das umgesetzt werden kann und da war eben auch der ansatz da gab es auch eben einige einige ich sag mal software teams oder einige teams die sich auf software auf apps spezialisiert haben die zum beispiel irgendwelche sicherheitstests gemacht haben die software gemacht haben um zum beispiel den einkauf im supermarkt zu planen dass man wie so eine art timetable sich eintragen kann was ich mitbekommen habe und genau da ist sowas halt viel viel besser aufgehoben finde ich als wenn jetzt die telekom meint sie macht da irgendwie coole fancy app weil ich bin der meinung vor allem ist es open source ist es eben was wo auch mal noch drüber schauen sehen hey keine ahnung da habt ihr vielleicht mist gebaut oder das ist nicht so geil und das finde ich halt finde ich halt deutlich besser so und in dem rahmen ich weiß nicht vielleicht sind da sogar sachen in die richtung entstanden da muss ich doch mal nachschauen wir können euch das ja mal unten verlinken genau was da für lösungen rausgekommen sind weil da sind wirklich coole sachen dabei genau da liefern wir mal den link aber genau also ich denke halt auch wir hatten es ja gerade wo es um das thema app ging hatten wir das gerade besprochen ich glaube halt dass so was aktuell wenn man die aktuelle krisensituation anguckt vielleicht nicht gut bei einem unternehmen aufgehoben ist ich glaube aber auch dass sowas vielleicht nicht unbedingt jetzt staatsinfrastruktur werden sollte weil da besteht halt auch wieder so dass unterschwellige gefühl dass man das vielleicht nach der krise noch für irgendwelche überwachungszwecke oder irgendwas verwenden kann deswegen glaube ich dass sowas halt wirklich in einer unabhängigen infrastruktur laufen sollte und nicht unbedingt irgendwie von von startstellen und vielleicht halt auch open source dass man halt auch noch nach wie vor die möglichkeit hat dass man sieht welche daten werden erhoben natürlich nicht wer dahinter steht sondern einfach welche daten werden über die app erhoben und wie werden die verarbeitet und und dieser offene ansatz den finde ich halt auch da jetzt wieder interessant natürlich irgendwann wird das denke ich mal dann doch in wirtschaftsunternehmen gegossen wie jetzt zum beispiel bei den face shields oder so dass es dann vielleicht ein unternehmen gibt das sich neu gründet irgendwie was weiß ich ein start-up unternehmen das halt dann was weiß ich in das in der riesen halle 300 3d drucker hat und haut dann halt 24 7 solche dinge raus aber an sich eine ganz interessante geschichte und finde ich halt auch sehr gut und ich bin halt auch erstaunt dass wir in deutschland mit unserem digitalisierungs verständnis und solchen politikern wie axel voss überhaupt auf die idee kommen sondern hackathon zu veranstalten also das finde ich schon bemerkenswert muss ich ganz ehrlich sagen hätte ich jetzt nicht damit gerechnet wie bist du darauf aufmerksam geworden das ist eine gute frage ich habe das glaube ich auch irgendwo ich im social media glaube ich gesehen und da ganz cool ja ja ich kann auch nur sagen was mir noch einfällt der unser guter kollege und freund der daniel konrad der kunner war übrigens auch da mit am start ja gut der kunner ist überall okay auch auf facebook gelesen ein bisschen geschrieben deswegen ja also war schon einiges los ja ja genau vielleicht noch so ein paar fragen noch für jemanden der nicht mit dabei war weil er da die zeit nicht hatte wie lief das dann ab ihr habt euch registriert irgendwann wart ihr dann im slack habt ihr dann auch video calls gemacht oder direkt telefoniert oder wie lief das dann ab also prinzipiell erst mal hat man sich halt da einmal registriert vorab die hatten dann noch ziemlich probleme die links für slack rauszuschicken beziehungsweise halt so belastete da haben sie wohl noch eine lösung gesucht dann gab es einem einen großen slack wo eigentlich alle drauf waren und man hat dann noch mal eine extra seite so eine dev post seite wo man quasi eintragen konnte was für skills man hat was man bereitstellen kann mit was für grundkenntnis was auch immer man kommt unterstützen kann da konnte man sich entweder teams suchen oder teams haben sich einen rausgesucht und dann gab es eben noch eine seite da waren diese ganzen ansätze eben also die 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 probleme darauf aufgezeigt da waren die teams verlinkt da konnte man sich auch jedes team anschauen sagen da oder da habe ich interesse und dann ist man eben in die einzelnen die einzelnen teams konnten da angeben worüber sie kommunizieren sehr viele sind zum beispiel auf discord gegangen also wir hatten auch ein discord server und einige waren auf slack unterwegs also das war jeder wie er wollte ich glaube es wurde auch sehr verteilt weil wie gesagt slack war relativ überlastet das war teilweise so langsam also es hat teilweise gar nicht mehr geladen oder ewig lang los drauf und link gekickt minuten später kam halt erst mal dann der der ding hoch und genau ich war dann auf discord unterwegs haben dann da eigentlich den ganzen tag über drin gehangen gequatscht austausch viel schriftlich viel dokumentiert das hat jedes team ja individuell gemacht und dann musste man dann bis abends so ein portfolio sag ich mal abgeben wo dann so alles zusammengefasst ist mit einem mit einem video eben auch und ja so ist das ganze dann entstanden also da waren einige tag und nacht auf jeden fall online hing da drin das war eine sehr spannende erfahrung auf jeden fall wobei ich hauptsächlich halt ein bisschen 3d design mithelfen konnte und auch bei der informationsbeschaffung weil wir halt auch eine wie gesagt eine plattform gemacht haben wo die die sich da austauschen können also einer sagen kann hey ich bin maker ich habe einen drucker und dann sagt halt ein krankenhaus hey wir brauchen das und das kannst du es für uns designen und das war eben der ansatz ja aber es ist ja es ist ja auch gut dass man jetzt halt wir haben ja wie soll ich jetzt sagen wir haben das wollte ich ja vorhin auch schon ausdrücken mit dem thw wir haben ja sehr viele versteckte talente zu hause wir haben so viele leute die halt irgendein hobby haben was vielleicht jetzt sinnvoll sein könnte der eine der keine ahnung der näht irgendwelche atemschutzmasken ja gut ich kann nicht nähen aber ich kenne mich halt dafür mit diesem computer kram sehr gut aus der andere kann halt damit nichts anfangen und so kann man es vielleicht schaffen als bundesregierung eine hilfs bewegung zu schaffen und zu steuern mit so einem hackathon und leute zusammenzubringen die vielleicht so nicht unbedingt zusammengefunden hätten also finde ich durchaus sinnvoll ja gut und das mit dem slack naja gut ich meine die entwickler haben es ja gesagt also mit so vielen leuten funktioniert halt slack scheinbar nicht aber gut über den sinn von was weiß ich ein paar tausend leute in dem slack channel das wird man danach wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen weil das ist halt wahrscheinlich wenn 40 leute schon in der chatgruppe sind wird das schon zu viel meine erfahrung meine private erfahrung wenn ein paar tausend leute drin sind du wirst ja wahnsinnig das ist ja naja aber es ist ja cool dass da wirklich was sinnvolles dabei rausgekommen ist wenn du nichts mehr hast dann hätte ich noch eine abschlussfrage an euch zu dem thema ich wollte noch dazu geben also ich finde es war eine der sinnvollsten sachen die bisher in dem ganzen in den ganzen konglomerat von was auch immer von der bundesregierung mit unterstützt wurde und ja ich fand auch die organisation das war zum glück nicht alles in hand von der bundesregierung unterstützt aber organisationen war echt super muss ich sagen auch wenn es halt sehr sehr viel war dem was gut gemanagt und in dem rahmen muss ich sagen kann man sich da echt nicht beschweren sehr gut nee es ist auch mal ganz interessant weil ich muss zu meiner schande gestehen ich habe bisher noch kein hackathon irgendwie beigewohnt zeitlich halt schwierig bei mir und aber es ist ultra interessant sowas mal zu hören meine abschlussfrage außer georg hat noch was wäre um noch mal auf die app zurückzukommen würdet ihr euch eine app installieren und wenn ja würdet ihr auch sagen wenn jetzt die wirklich von der telekom kommen würde oder von keine ahnung worst case die bundesregierung beauftragt google damit würdet ihr euch die installieren oder würdet ihr sagen nee also ich kann ich beantworte erstmal für mich oder dann könnt ihr euch so lange schon mal überlegen also ich würde wahrscheinlich sagen bei bei telekom wäre ich wahrscheinlich noch einigermaßen dabei weil die telekom ist halt auch mein ISP die kennen eigentlich alles von mir oder wissen sehr viel wenn sie es wollen wenn sie es erfassen dann wissen sie sehr viel über mich und ich habe so ein gewisses grundvertrauen trotzdem immer noch in die deutsche telekom natürlich wäre mir lieber wenn sowas von von einem ccc kommen würde oder open source das habe ich ja schon erklärt bei google ganz schwierig wenn ich aber vor die wahl gestellt werden würde du darfst nicht mehr raus wenn du die app nicht benutzt dann würde ich wahrscheinlich mir auch eine google app installieren bin ich ganz ehrlich also ich glaube wenn wenn es dann ich bin sehr freiheitsliebender mensch und ich glaube ich würde wahrscheinlich dann sogar auf meinen datenschutz auch wenn es wirklich komplett gegen meine prinzipien geht aber ich würde wahrscheinlich dann sogar die freiheit gegen den datenschutz eintauschen ehrlich bin ja wie denkt ihr also ich würde es mir wahrscheinlich egal von welchen drei parteien installieren weil wir halt einfach wie gesagt momentan eine notsituation haben das ist jetzt wie mit der schule vorhin das ist nichts wo ich jetzt sage okay das ist jetzt unbedingt da muss man jetzt auf den datenschutz so extrem schauen ich meine das ist ja auch nützlich also wenn ich jetzt wenn ich jetzt rein davon ausgehe dass die app quasi mich informiert wenn ich eben in der nähe von jemandem war und der ist hat jetzt corona und dass ich da informiert wird wie gesagt dann wird es sofort installieren also da da ist jetzt für mich irgendwie datenschutz irgendwie ganz weit weg als grund warum ich mir das nicht installieren soll okay ja ist eine meinung kann man vertreten ist so ich meine ich bin eh schon bei google gefangen mit google kalender also ganz schlimm möchte ich gar nicht hören ich habe meine seele eh schon verkauft ja david also ich sage mal so ich finde es schwierig ich kann wie gesagt den sinn dahinter verstehen aber wenn jetzt egal ist es von der t-kommt von google kommt und das ganze halt irgendwie datenschutz technisch oder generell auch sicherheitstechnisch echt scheiße umgesetzt ist würde ich mir das definitiv nicht drauf holen ich sage mal bei der telekom hätte ich jetzt eher noch so ein grundvertrauen als als jetzt irgendwie bei google weil ich meine weiß ich nicht die die tun ja eh schon so so viel abziehen und ich meine die haben eh schon so einen großen datenstamm von jedem dass da kommt dann noch mal sowas recht kritisches finde ich dazu weiß ich nicht ich finde es halt schwierig aber die telekom hat zumindest ein grund wie soll ich sagen eine gewisse grund ne quatsch falsch ausgedrückt die hat zumindest eine gewisse interne kontrollinfrastruktur oder eine gewisse abteilungen die das ganze auch kontrollieren und zumindest sage ich mal sie halten sich an die DSGVO sie sind deutsches unternehmen da hat man so ein gewisses grundvertrauen zumindest geht es mir so ja genau das andere ist halt auch noch wir sind ja beide oder ich glaube sogar alle drei gerade kunden der telekom theoretisch könnten die einfach mal ein bisschen mitschauen was wir so im netz machen wäre ja jetzt schon möglich und ich bin auch handy technisch bei der telekom das heißt die telekom weiß in welchen mobilfunkmasten ich mich aufhalte die telekom weiß auch mobil was ich für seiten aufrufe naja genau aber ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen ich finde halt man muss ein bisschen aufpassen weil ich finde momentan wird halt auch wenn es eine spezielle situation ist es geht halt so ein bisschen darauf hinaus dass man sagt ja das machen wir nur jetzt in der zeit und dann nebenbei wird das dann mal wieder irgendwann wenn gerade fußball-wm ist und irgendwie keiner am bundestag zuschaut durchgewunken dass wir das doch dauerhaft haben und dann haben wir den ganzen scheiß nämlich dauerhaft am hals hängen und ich finde momentan ist das so ein bisschen manchmal so der passierschein 38a der da vielleicht ausgegeben wird für sachen wo ich sage finde ich eigentlich ein bisschen schwierig genau und da muss man halt auch kein verschwörungstheoretiker sein es gab ja schon genügend geschichten die wie du schon richtig gesagt hast bei irgendwelchen weltereignissen dann einfach mal so nebenbei durchgepeitscht wurden so nach dem motto die leute passen eh nicht auf das ist ein bisschen umstritten dann machen wir da schnell mal eine sitzung und stimmen darüber ab ohne dass es die leute so wirklich interessiert sehe ich jetzt auch so ein bisschen die gefahr und das ist einfach das was so ein bisschen beunruhigend ist also wenn da muss es wirklich was sein was vollkommen klar ist dass es nach äh corona wieder alles zurückgebaut wird gelöscht wird wie auch immer und ich schade dass felix heute nicht mit dabei ist weil da könnte halt auch zu den rechtlichen geschichten was sagen zu den ganzen infektionsschutzgesetz ich meine wir müssen uns mal eines klar machen wir haben aktuell einen stand in unserem staat den sonst nur der staat hätte wenn er totalitär wäre wir haben ausgangs beschränkungen wir haben keine freie oder keine versammlungsfreiheit mehr wir haben aktuell sind wir im im bereich der unternehmerschaft sind wir eingeschränkt also normalerweise kannst du in deutschland ja eigentlich unternehmen was du möchtest du hast die vertragsfreiheit du kannst eigentlich auch artikel verkaufen sofern sie halt legal sind was du möchtest all das ist im moment eingeschränkt und da muss man sich halt auch mal klar werden natürlich haben wir gerade eine notsituation und natürlich ist es wichtig und das sehen ja auch viele politiker von vielen parteien dass es wichtig ist jetzt zu handeln und auch so zu handeln aber es muss halt klar sein dass wir da wieder rauskommen und deswegen bin ich auch voll dabei wenn politiker sagen wir brauchen auch wieder eine exit strategie nach corona dass wir den ganzen scheiß dann wieder abbauen und einreißen und das völlig klar ist dass es aktuell einfach eine ausnahmesituation ist was ich ja noch vergessen habe wir haben ja auch im moment keine reisefreiheit das ist ja auch so eine geschichte ich meine ich bin ja trotzdem im jahr relativ viel in deutschland auch unterwegs und so und mich schränkt es halt schon ein ich meine ich bin auch gern mal zu hause aber allein die tatsache dass ich gerade wenn ich wollte nicht weg kann finde ich schon so ein bisschen beklemmend wenn ich ehrlich bin stimmt das ist irgendwie ungewohnt ich meine wir kennen das nicht ich meine es die die bürger die früher in der ddr waren für die war das die die kennen das vielleicht noch aber für mich ist es halt mit meinen nicht mal 30 jahren ist es für mich halt eine erfahrung die ist schon irgendwie beklemmend dass ich nicht sagen kann wie vor vor zwei monaten wenn ich jetzt sagte hey ich habe jetzt bock nach münchen zu fahren dann werde ich jetzt in münchen geht jetzt aktuell nicht und das ist halt so eine geschichte da muss man sich klar machen wir sind eine absoluten ausnahmesituation und das muss halt so geregelt werden dass man da halt auch wieder rauskommt jederzeit das stimmt ja gut aber wenn jetzt ich denke wenn so eine app nach deinem modell wie das vorgestellt hat gemacht werden wird das könnte man auch bei anderen infektions krankheiten machen ich glaube man das hätte super möglichkeiten um das noch auszuweiten und ich meine wir dürfen jetzt auch nicht hergehen und sagen okay ja corona pandemie sowas wird nur einmal passieren pandemien werden wir durch die globalisierung jetzt noch ein paar mal haben es wird nicht das letzte mal sein und ich denke schon dass wir da in der hinsicht uns auch mal nach corona gedanken machen müssen wie wir mit pandemien wie der umgehen ja sehr guter punkt sehr sehr guter punkt aber das trifft halt alle bereiche und es ich glaube ich habe es auch im letzten letzten podcast gesagt das hat ja auch der chef vom robert koch institut hat ja auch gesagt er ist sehr dafür dass wir nach der pandemie ganz kritisch mal alle bereiche durchleuchten in unserer gesellschaft wie ist es abgelaufen was können wir besser machen und wie können wir uns besser darauf vorbereiten falls sowas wiederkommt in irgendeiner form und ja die chancen stehen leider ganz gut dass sowas wiederkommen kann das ist einfach so bin ich voll dabei aber das merken ja jetzt viele unternehmen also ich glaube es gibt jetzt in keinem großen unternehmen den nicht den wunsch dass man nach dieser pandemie noch mal seinen pandemie notfallplan überdenkt und unternehmen die sowas nicht hatten die werden jetzt auch gucken dass sie dann sowas auf die beine stellen und das vielleicht verfeinern jetzt nachdem sie die praxiserfahrung gemacht haben weil ich meine ganz ehrlich viele also klar die ganz großen und die leute die halt auch ein sms vielleicht haben und ein großes notfallmanagement und wie auch immer die haben sich vielleicht schon gedanken gemacht aber ich könnte mir vorstellen wir hatten es ja auch schon mit dem thema home office und so weiter da hat es wahrscheinlich viele unternehmen eiskalt erwischt und die waren eben überhaupt nicht darauf vorbereitet jetzt mal auf die schnelle da was auf die beine zu stellen das nicht unbedingt mal nur home office sondern einfach nur die thematik ich habe eine pandemie wie gehe ich damit um ich muss vielleicht ich habe vielleicht gar keine andere wahl ich muss leute vor ort haben wie sorge ich dafür dass in meinen büros in meinen produktionsstätten wie auch immer ich maximal produktiv noch bin aber meine mitarbeiter auch maximal schütze und das sind so geschichten die muss man halt dann mal im detail planen und jetzt wurden da alle unternehmen ins kalte wasser geworfen naja meine große sorge ist ja dass vor allem dann auch kleinere unternehmen jetzt nach der küse sagen okay sowas passiert nur einmal im leben war was soll ich da jetzt planen also das ist jetzt der größte fehler den wir machen können einfach das zu ignorieren nach der krise ich meine ja nach der krise wenn wir alle erstmal da hocken und sagen okay wir schieben das so weit weg wie möglich weil jetzt ist mir endlich wieder frei aber irgendwann müssen wir uns auch wieder hin hocken weil fun fact nebenbei corona wurde ja von einer fledermaus übertragen so fledermäuse haben ungefähr tausende von corona arten und dadurch dass wir den lebensraum der fledermaus zerstören kommt ihr uns auch immer näher was natürlich dieses übertragungsrisiko noch mal vergrößert also ja das das sollte man sich mal vor augen führen und das ich meine es gibt das sicherlich wir hatten ja auch zum beispiel die schweinegrippe und solche geschichten es ist ja nicht nur die fledermaus also schwieriges thema aber gut vielleicht leben in dem sinne sogar veganer sicherer so ja es gibt ja nicht nur ja nur negative sachen sollte man denken mit mit corona und das was jetzt im ich nenne es mal im volke passiert sondern es gibt ja auch die unternehmen und ich muss jetzt mal dem einen kommentator so ein bisschen feuer liefern weil er ja gemeint hat ich als alter elitärer hier unternehmer und was weiß ich klischee fdp wähler und nein spaß aber ich will einfach mal das thema aufgreifen mit dem corona bonus den es jetzt gibt oder unterstützung vom staat wie auch immer man das nennen möchte ich habe überlegt nehme ich es mit rein weil wir sind ja eigentlich ein tech talk aber in gewisser hinsicht wollte ich einfach mal das ganze loswerden welche bedingungen da eigentlich herrschen und das wirklich nur ganz kurz und keine angst das wird jetzt kein grundkurs in bwl oder so sondern einfach nur mal so ein kurzer überblick ja wer bekommt diesen bonus eigentlich und ist es denn gerechtfertigt weil ja jetzt viele dann sagen die bösen unternehmer die sich jetzt alle aufregen die kriegen doch sowieso so viel geld vom staat und haben sowieso jede menge kohle und warum regen die sich jetzt drüber auf und böses adidas bezahlt jetzt keine miete mehr und was weiß ich gut dass mit den stores da brauchen wir nicht drüber reden in meinen augen ist es auch ein bisschen scheiße weil ich mein weltkonzern und so ein was weiß ich nehmen wir mal hier irgendwie so ein bücherladen um die ecke oder ein blumenladen oder irgendwas der wird wahrscheinlich relativ schnell an die grenzen kommen dass er die miete nicht mehr bezahlen kann während adidas sollte wahrscheinlich schon so viel auf der hohen kante haben dass er eben mal die miete für einen monat ausgeben auch wenn sie jetzt keine neuen einnahmen haben ist meine meinung genauso kann ich es auch nicht verstehen wenn leute jetzt 20 30 jahre einen laden irgendwo haben und jammern dann nach drei tagen rum dass sie jetzt schon fast bankrott sind da machen die irgendwas falsch also wo es wirklich kritisch wird ist wenn der laden halt noch in der wachstumsphase ist und noch nicht kein gewinn abwirft und man halt gerade erst ein business aufbaut dann ist das ganze gerechtfertigt das ist nun mal so ein kleiner disclaimer noch von meiner seite naja ich habe jetzt mal so ein realitätscheck gemacht ne also es wurde ja versprochen von der politik und bürokratische hilfen und wir helfen den kleinen unternehmen auch und ja die einnahmen fallen weg ne und dann erwartet man halt dass man sagt okay ich bescheinige gegenüber dem staat ich habe so und so viel einnahmen beziehungsweise das wissen sie ja eigentlich sowieso schon durch die ganzen steuererklärungen und so weiter und ich habe im monat so und so viel kosten zum beispiel durch miete keine ahnung lizenzkosten wenn man jetzt mal irgendwie software anguckt keine ahnung miete für lizenzen und ja und das ist mein aktueller kontostand und normalerweise sollte man davon ausgehen dass mit diesen drei informationen eigentlich so ein hilfspaket machbar sein könnte also dass man sagt okay wenn ich diese drei infos abgebe dann wissen die okay so und so viel müssen wir dir geben damit über die runden kommst und das wäre in meinen augen kann natürlich sein dass ich da ein bisschen falsch gewickelt bin aber das ist in meinen augen unbürokratisch wenn ich sowas so abwickel so wie sieht denn die realität aus also erstens mal muss man einen beleg abliefern dass sein dass mein unternehmen durch die corona krise in finanzielle schwierigkeiten geraten ist also wenn ich jetzt sage ich mal ein unternehmen hatte was kurz vor der kippe war dann ist die corona krise ja der letzte sargnagel für das ganze ding und dann kriege ich kein geld also muss ich meinen laden dann dicht machen also für unternehmen die vielleicht gerade die kurve dieses jahr kratzen wollten weil sie gesagt haben hey 2020 das wird ein gutes jahr wir kommen wieder aus den roten zahlen raus für die ist corona das sargnagel und die kriegen keine hilfe vom staat weil der staat sagt hallo du hast bei dir sieht sowieso nicht gut aus du bist es gar nicht gewährt gerettet zu werden und das ist richtig heftig finde ich also da nimmt man schon mal da es heißt ja es gibt geld für alle unternehmen oder für viele unternehmen die probleme haben nee das ist ganz anders wie man hier an dem beispiel sieht okay also fallen da schon mal einige tausend unternehmen in deutschland schon mal weg die kriegen nichts weil da heißt ihr seid sowieso schon schlecht dran lohnt sich nicht so dann genau dann muss man die einnahmen der letzten 14 monate offenlegen und das muss man dann auch machen indem man einen monatlichen abschluss macht wird in kaum ein unternehmen gemacht die kleinen läden die wissen schon mal gar nicht wie so ein monatlicher abschluss funktioniert das heißt unter umständen wenn es blöd läuft muss ich zu meinem steuerberater gehen und muss sagen hier mach mal für die letzten 14 monate noch mal einen monatsabschluss kostet auch wieder geld und ob ich dann geld bekommen weiß ich ja immer noch nicht das heißt ich investiere jetzt erst mal ein paar hundert euro und jeder der schon mal beim steuerberater weiß wie sündhaft teuer das ist ja die investiere ich aber ich weiß nicht ob ich das geld bekommen so dann muss ich meinen jahresabschluss abliefern die frist wäre ja eigentlich noch nicht abgelaufen also ich kann für 2019 mein jahresabschluss immer noch machen lassen bis mai das ist ja jetzt mal verlängert worden also wahrscheinlich eher bis juni oder irgendwie sowas also auch so eine Geschichte ähm wo man ganz klar sagen muss ich hätte da eigentlich noch zeit für die ganze baustelle muss ich vorziehen kostet ein heiden geld also selbst bei so kleinen unternehmen wie kurs of for you äh kostet so ein jahresabschluss gerne mal über 1000 euro pro jahr so beim steuerberater das kommt noch auf mich zu dann muss ich einen liquiditätsplan erstellen für die nächsten drei monate bis mai muss ich den abgeben für kleine unternehmen ist es halt auch kaum machbar also was mache ich ich muss wieder geld in die hand nehmen geht zum steuerberater oder zum unternehmensberater die sich da wieder eine goldene nase verdienen an der geschichte und lass mir so einen scheiß liquiditätsplan erstellen eine planung sofern ich das überhaupt machen kann weil ich weiß ja nicht wenn ich jetzt einen laden habe und verkaufe irgendwelche artikel ich weiß ja gar nicht wie geht es eigentlich weiter wann werden die ausgangsbeschränkungen aufgehoben wann kann ich wieder verkaufen wie sieht denn die kaufkraft aus wenn halb deutschland arbeitslos ist jetzt mal übertrieben gesagt oder in kurzarbeit wie ist der ist die kaufkraft also ich kann da eigentlich relativ wenig von ableiten ja und wenn man das alles mal zusammen summiert dann merkt man relativ schnell dass es eigentlich für unternehmen teilweise sehr schwierig ist an solche dinge rankommen achtung vielleicht noch vorneweg diese sachen die jetzt genannt habe die gelten für unternehmen für soloselbstständige was weiß ich die der selbstständige musiklehrer oder so der ja soloselbstständig ist der hat niedrigere auflagen aber selbst da ist es schon schwierig weil da kommt man mit dem geld relativ schnell an seine grenzen die summe für unternehmen für einen reinen laden betrieb ist sogar relativ hoch also teilweise geht es da in was weiß ich in die 10.000 oder so und da kann man schon mal einen monat über brücken unter umständen aber wie gesagt diese ganzen umstände außenrum sind halt schwierig und wenn man sich dann zum beispiel mal die lage von djs anguckt habe ich auch ein bekannter von mir ist ist dj habe ich auch in der letzten folge schon werbung für sein ein stream gemacht und bei dem ist es zum beispiel so der würde dann nicht mal wenn er diese unterstützung anfordert würde er nicht mal das geld bekommen dass er ins arbeitslosengeld 2 rutscht er würde weniger bekommen als das arbeitslosengeld 2 das muss man sich mal überlegen so und dann hast du ja deine miete und alles das läuft ja ganz normal weiter das ist ja nicht so dass dass du deswegen dass dein vermieter dann sagt ja komm lass mal stecken für die corona zeit da brauche ich keine miete im gegenteil die sind selbst darauf angewiesen wahrscheinlich dass die miete pünktlich überwiesen wird und das sind alles so faktoren die damit reinspielen also dieser bonus und da kann ich wirklich jeden unternehmer verstehen ohne jetzt irgendwie versnobbt zu wirken weil letztendlich hängen da arbeitsplätze dran letztendlich auch wenn ich jetzt nicht unbedingt pro unternehmer bin aber ich muss doch ein gewisses grundinteresse haben dass die arbeitsplätze in deutschland bestehen bleiben es kann ja nicht sein dass wir jetzt in der corona krise alle unternehmen kaputt gehen lassen den ganzen mittelstand kaputt gehen lassen und dann nach der krise gründen wir alle unternehmen wieder neu wie wie in nachkriegszeit das kann es eigentlich nicht sein das kann nicht funktionieren weil erstens mal werden wir da immense probleme kriegen mit gewissen rechten parteien die sagen ja guckt euch an hier alle arbeitslos und die nutzen das natürlich schamlos aus die ganzen radikalen parteien wenn wenn zigtausend arbeitslose auf dem markt mehr sind dann sind die manche vielleicht sogar empfänglicher für irgendwelche ideologien obwohl es nicht gerechtfertigt ist und zum anderen ist ich meine ich ich lasse ja dann irgendwelche firmen bankrott gehen die sachen die ressourcen die man da verschwendet mit neu gründung und was weiß ich alles das ist völlig utopisch und deswegen muss man sagen müssen diese firmen gerettet werden damit wir nicht ein totales chaos haben das wie gesagt meine persönliche meinung und das ist halt alles was ich anhand dieser ganzen ja meine erfahrungswerte so halt gemerkt habe und auch meine ich meine ich bin jetzt noch keine 20 jahre unternehmer oder so deswegen ich kann da jetzt auch nur auf eine ganz kurze historie zurückblicken wo ich halt in diesem ganzen geschäft drin bin und halt mitkriege was abgeht mit steuern und mit unternehmensführung und so weiter und so fort aber das sind die sachen die gedanken die mir dadurch in kopf gehen und wo ich sage es kann nicht sein dass wir jetzt massenhaft unternehmen gegen die wand fahren lassen da muss was passieren und ich hoffe dass die politik da aufwacht und dass es den meisten unternehmen wirklich möglich ist die dies halt wirklich notwendig haben nochmal betonen adidas hat es nicht notwendig dass sie diese gelder abrufen können einfach und mit den künstlern da brauchen wir gar nicht drüber reden ist wahnsinn ist einfach wahnsinn ich ich weiß auch noch nicht wie das laufen soll ich habe keine ahnung wie künstler über die runden kommen sollen aber gut eine andere geschichte gut wollte ich nur mal kurz einwerfen habt ihr dazu auch eine meinung oder wollt ihr dazu euch noch äußern ich sag mal so so wie du gemeint hast ne unbürokratisch sieht anders aus also ich weiß nicht mehr kannst dazu nicht sagen es einfach traurig stellen sich dann da irgendwie hin und ja wir helfen euch allen und am ende ist das eigentlich nur für weiß ich nicht ein zehntel aller unternehmen überhaupt in der maßen damit sie ergreifen können also es ist wirklich schade weil ich habe halt am anfang das hat sich wirklich alles sehr gut angehört und auch mit unserem han aiwanger hier ich mein typ finde ich jetzt nicht sonderlich sympathisch aber es ist eine andere geschichte aber hat hat sich alles gut angehört und ich wollte jetzt einfach mal die gelegenheit nutzen und aktuell ist es ja auch so dass die cdu wieder einen sehr sehr guten oder sehr sehr gute umfragewerte hat durch das sogenannte krisenmanagement vom Herrn spahn oder auch vom mann söder und dann wollte ich einfach noch mal hinweisen wie es denn wirklich hinter den kulissen aussieht ich kann natürlich nur für unternehmer jetzt sprechen ich kann jetzt nicht für die ärzte sprechen oder krankenpfleger oder sanitäter oder so die auch an der krise mit beteiligt sind und maßgeblich ihren dienst verrichten ich kann jetzt nur für diese eine zunft sprechen aber da muss ich ehrlich sagen da hat die cdu wieder mal das bewiesen was sie schon öfters bewiesen haben ob das jetzt mit artikel 13 war oder mit irgendwelchen netzgeschichten das halt nach außen hin sehr viel positiv gelabert wird aber im hintergrund oder auch sehr viel positiv pr mäßig dargestellt wird aber wenn man da mal unter die haube guckt dann wird einem schlecht und das ist halt auch wieder hier der fall gewesen schade weil ich habe mir echt gewünscht dass es sagen okay wir sind wirklich interessiert daran dass unser mittelstand nicht weg bricht und sind wir mal ehrlich natürlich ist es tragisch wenn große unternehmen probleme bekommen dass keine frage ist es völlig richtig dass man da auch was macht aber die mehrheit der arbeitsplätze liegen nun mal im mittelstand wenn ich allein in meinem kopf mal so meine meine ganze verwandtschaft freunde bekannte alle durchgehe die mehrheit der leute arbeiten nicht bei weltkonzernen oder bei großen unternehmen sind paar dabei die bei großen unternehmen arbeiten ist schon richtig aber die meisten haben ihren arbeitsplatz im mittelstand und wenn der weg bricht dann haben wir echt ein riesen problem in deutschland und noch auch ein fun fact am rande die meisten patente kommen aus dem deutschen mittelstand macht euch darüber mal gedanken so das war jetzt das schlusswort ich wollte nur noch mal erwähnen wie gesagt passt jetzt nicht unbedingt in den tag talk rein aber ich habe gedacht wenn wir schon mal den eindruck haben und es beschäftigt mich halt auch oder die informationen wenn wir schon mal haben dann möchte ich die euch auch zur verfügung stellen und euch einfach mal darüber berichten was ich da so mitbekommen habe gut ja wir hatten ja schon über djs gesprochen die probleme kriegen und es betrifft natürlich auch jetzt die nächsten monate auch kurs of you ganz klar wie es waren ja so gewisse events standen auch auf dem schirm zum beispiel die games kommen oder auch wenn ich jetzt eher ans private denken wir konzert eins ist ja wäre jetzt schon am freitag gewesen in münchen parkway drive ist gecancelt ist verschoben worden wenn ich jetzt mal an rock im park rock am ring denke an die ganzen festivals wacken zum beispiel auch ist alles mehr oder weniger unklar keiner weiß wie es so weitergeht alle sagen ja noch ist nichts abgesagt aber ich ganz ehrlich ich weiß nicht wie ihr das seht aber ich glaube nicht dass dieses jahr ein großes festival starten wird ganz ehrlich ich glaube auch nicht also ich meine es ist jetzt ja auch immer noch nicht so ganz klar wie das wie das so richtig weitergeht und ich meine allein schon mal was ich weiß nicht ob du es eben gesagt hattest wiesen ist ja auch ein riesenthema ja das große problem da ist ja die ganze hotelbranche hängt da dran sehr viel gastronomie ich sag mal ja den wirten geht es nicht schlecht aber ich glaube auch dass die einen kommenden jahres ausfall wiesen wird schon sportlich das wird sportlich und ich sag mal wie gesagt also an für sich sage ich ich gehe nicht auf die wiesen mir ist das prinzipiell erst bei wurscht aber es ist natürlich krass für die ganzen arbeitsplätze er verdient in münchen macht ihr einen milliarden umsatz wahrscheinlich durch die wiesen und das problem ist halt die müssen halt jetzt dann entscheiden wie es jetzt ausschaut weil der aufbau dauert ja über zwei monate und ich glaube ja dass die wiesen ausfällt und ich glaube das wäre seit sehr vielen jahren ich glaube im krieg damals oder so war es letztes mal seit sehr sehr vielen jahren einste jahre wo es keine wiesen gab es wäre schon heftig und ich habe von unseren nachbarn mitbekommen die beide auch wo ich glaube im hotel oder gastro branche sind die haben gemeint wenn die wiese nicht stattfindet dann können sie ihren job an den nagel hängen weil die firma dann weg vom fenster ist also das ist echt krass das ist ja genau das ist ja der punkt gerade in diesem gewerbe geht es ja oft ist es ja oft saisonbedingt das ist ja gerade auch wenn man an die nordsee inseln denkt an die ganzen hotels dort oder halt auch bei euch in münchen da gibt es so gewisse events oder so gewisse wochen im jahr die musst du einfach mitnehmen da hast du schon fest mit kalkuliert mit deinem betrieb weil du weißt okay ich mache was weiß ich über die hälfte meines jahres umsatzes mache ich in dieser zeit und wenn das dann einfach mal wegfällt dann ist es ein riesen problem also das kann ich voll nachvollziehen ja auch bei dem auch die ganzen hotels überlegen wir allein schon die hotels die einfach nur gäste der wiesen beherbergen die haben natürlich auch über jahre hinweg einfach mit dem umsatz kalkuliert weil die wiesen die fand jedes jahr statt schwierig also ganz gerade die ich wiederhole es mal wie bei bei den boni auch gerade die die gerade erst angefangen haben vor ein zwei jahren die sich noch nicht in der gewinnphase befinden in der aufbauphase noch sind mit dem unternehmen und vielleicht noch gewisse sachen abbezahlen müssen kredite laufen was weiß ich alles vielleicht gerade erst richtig viel geld investiert haben thema auch sanierung vielleicht von einem gebäude bei einem hotel oder so gerade die wird es halt richtig hart treffen und da keine ahnung wie das jetzt weitergehen soll also da muss irgendwas muss da passieren sonst haben wir da ein riesen problem das gleiche ist ja auch ich meine ist jetzt nicht so ganz mein thema aber ich weiß ja dass es in deutschland millionen betrifft fußball bundesliga die vereine die pro spiel also ich weiß zum beispiel dass beim wer war das war das hoffenheim oder ich ne glattbach war das beruf sehr glattbach war das mönchengladbach die haben pro ausfall von einem spieltag haben die zwei millionen euro verlust kann man sich ja vorstellen was das beim fc bayern zum beispiel bedeutet das können die natürlich die erst ich meine bayern wollen wir jetzt nicht klein reden die die können das vielleicht ein paar monate durchhalten aber es gibt ja auch kleine vereine die irgendwann sagen ey leute wir müssen irgendwann insolvenz anmelden also haben wir im sport auch ein riesen problem so und dann bei den festivals möchte ich gar nicht dran denken also ich bin davon überzeugt dass gerade überlegen mal dieses ganze rock im park da gibt es agenturen die nur sowas machen diese marik lieberberg oder wie der heißt der veranstalter da von von rock im park und rock am ring die machen ja nur festivals oder zu 90 prozent die leben davon dass einmal im jahr richtig auf gut deutsch in drei tagen die saura ausgelassen wird davon leben die ein ganzes jahr oder wacken festival ist noch heftiger weil wacken ist ja nicht so krass kommerzialisiert auch wenn viele das immer mehr kritisieren aber wacken ist ja eigentlich mehr oder weniger ein familien oder ein dorfbetrieb das wacken festival überleg mal wie viel arbeitsplätze da dranhängen wenn dieses jahr das wacken festival nicht stattfinden darf das ist eine katastrophe für die unternehmen dafür die ganze wirtschaft außenrum ist ähnlich wie die wiesen eigentlich nur dass es in norddeutschland oben ist und halt mit medlern aber im prinzip ist es das gleiche es heftig naja und bei der gamescom um da noch mal drauf zurückzukommen da möchte man ja jetzt scheinbar irgendwie einen digitalen weg gehen da habe ich vorhin mit georg ja schon ein bisschen überlegt wie denn sowas ablaufen könnte so eine digitale gamescom wäre vielleicht sogar nicht schlecht weil du könntest halt viel mehr angucken oder wenn du zum beispiel ein spiel anzocken möchtest dann machst du vorher einen termin aus und dann kannst du währenddessen was anderes machen musst aber nicht in der warteschlange sitzen wie jetzt auf der richtigen gamescom sag ich mal es ist halt dafür fehlt halt der 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 soziale aspekt also ich meine ich treffe halt jedes jahr auf der gamescom zig leute oder du bist beim gamescom camp georg und triffst da leute und lernst verrückte menschen und interessante menschen kennen dieser aspekt der fehlt halt dann einfach also es ist schon echt heftig und ja mal gucken wie es weitergeht ich meine sollte die gamescom digital stattfinden naja dann kann man ja auch digital darüber berichten über die gamescom kann man ja machen ist ja kein thema so hohe kosten zu hinfahren also ja übernachtungskosten können wir uns schon mal sparen also ich meine für kurs of review wäre das vielleicht sogar erst mal ganz gut aber es fehlen halt die die geilen schnittbilder oder willst du dann irgendwie eine website von einer website schnittbilder machen schwierig oder oder 24 stunden podcast ja genau oder wir machen dann keine ahnung die wir senden dann einfach die bilder der letzten jahre oder so es ist irgendwie blöd also es ist echt blöd und keine ahnung keiner weiß so recht wo es hingeht bei bei den festivals zum beispiel bei rock im park haben sie schon gesagt also live stream wäre keine lösung aber das habe ich mir auch schon gedacht weil wenn man rein wirtschaftlich mal guckt die ganzen buden die dort noch gelder reinbringen und so die fallen ja alle weg wenn die leute dann live stream gucken ähm und von den paar einnahmen die die sender dann denen geben damit lizenzkosten gedeckt werden davon können die bands nicht bezahlt werden gerade die großen headliner die da kommen äh das kann sich ein sender wahrscheinlich kaum leisten die so zu bezahlen dass die da mal für einen live stream da was machen das geht einfach nicht aber gut naja wir werden sehen und ja um das thema mal abzuschließen wir haben heute schon so viel über corona diskutiert außer ihr habt noch was zu den events vielleicht noch ein bisschen input dann würde ich nämlich das ganze mal abschließen mit zwei drei hinweisen noch ähm das werde ich auch noch mal über unsere kanäle rausschicken also wir mit kurs of you wir ähm das wollte ich nicht an anfang packen weil es jetzt ein bisschen werblich ist wir sind auch dabei so ein bisschen was für euch zu machen aber wir machen das ja schon das ganze jahr über wir bieten jetzt ab sofort oder halt schon immer eigentlich auch unternehmen die möglichkeit an dass sie auf unseren voice servern teamspeak mumble kostenlos channel kanäle bekommen gerne auch mehrere wo sie dann zum beispiel audiokonferenzen durchführen können also auch das thema was wir am anfang hatten mit überlastete systeme und so weiter und so fort oder auch dsg vo problematik wenn man wenn man sich als unternehmen zum beispiel entscheidet mumble zu nutzen ja das ding ist komplett verschlüsselt deutsches rechenzentrum wir können nicht an die daten ran also dsg vo konformer geht es kaum und man könnte halt mit uns auch zum beispiel einen auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen wir sind in deutschland mit der kurs of you services also alles kein thema wie gesagt könnt ihr machen ihr könnt auch auf teamspeak gehen ihr könnt unsere teamspeak plattform nutzen wir haben sogar eine kommerzielle lizenz das heißt ihr könnt teamspeak auch kommerziell benutzen da gibt es dann auch keine lizenz problematik ja und deswegen bieten wir das halt eben an ich werde das auch noch mal in wahrscheinlich social media postings packen dass wir euch da unterstützen als unternehmen ihr könnt aber auch natürlich als gaming clan wie schon immer könnt ihr bei uns channel bekommen und wenn ihr und das ist jetzt absolut neu falls ihr für datenaustausch eine plattform braucht als unternehmen oder als soloselbstständiger dann könnt ihr uns eine e mail schreiben an info at kurs of you punkt services dann bekommt ihr von uns eine rückantwort und dann werden wir für euch zeitnah sowas einrichten thema home office und datenaustausch könnt ihr dann darüber abwickeln da gilt das gleiche wie auch bei unseren voice plattformen das ganze ist eben dsg vo konform in deutschland abgespeichert und auch verschlüsselt und wir legen da auch hohen wert auf datensicherheit und natürlich backup und so das sind alles keine fremdwörter für uns und das ist nur unser angebot dass wir da machen und ich weiß das machen auch andere it unternehmen ein mitbewerber hier aus der region der mitbewerber würde ich es nicht mal nennen weil der doch ein bisschen anders andere angebote im portfolio hat als wir der bietet zum beispiel an innerhalb von 24 stunden eine website aus dem boden zu stampfen wo man dann zum beispiel auch seine artikel verkaufen kann als ladenbetreiber also wenn da jemand interesse hat und aktuell akuten problem hat meldet euch einfach bei uns entweder an die normalen kurs of you com adressen wie zum beispiel die redaktion at kurs of you punkt com oder noch besser gleich an unsere kurs of you services wie gesagt info at kurs of you punkt services meldet euch ich kann den kontakt herstellen ist ein ehemaliger schulkollege von mir ist alles kein problem der baut euch dann ganz schnell so eine website zusammen kosten kann ich euch nicht sagen aber das kann man ja dann untereinander ausmachen wie gesagt da kann ich den kontakt herstellen alles kein problem und deswegen das ist glaube ich auch ganz wichtig dass auch wir das habe ich ja vorhin im hackathon topic schon gesagt dass wir mit unserem was wir können einfach in dieser krise weiterhelfen und in dem fall ist es halt it und technik und deswegen haben wir auch als kurs of you services gesagt wir helfen da wo wir können und wie gesagt für audiokonferenzen haben wir eine plattform die läuft schon seit jahren stabil wir machen das jetzt seit ich glaube der erste server 2009 ist online gegangen und seitdem machen wir das ununterbrochen und unsere voice plattform die laufen haben eine verfügbarkeit von 99,9 prozent wenn man ins monitoring guckt und deswegen wir haben auch ein gutes peering jetzt zur telekom ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen und deswegen falls ihr da interesse habt und für unternehmen ist es denke ich ganz gut video braucht man nicht immer unbedingt aber audio ist halt eine schöne geschichte und das kann man dann kostenlos benutzen ist verschlüsselt was will man mehr gut in diesem sinne glaube ich haben wir es ich würde sagen bleibt gesund auf jeden fall und vielleicht habt ihr schon gemerkt ich habe so ein bisschen zumindest bis zum ende hin die kritik von unseren zuschauern angenommen und habe jetzt mal ein bisschen versucht eine balance zu schaffen zwischen meinen redebeiträgen und den redebeiträgen von georg und von david ich hoffe das klappt und ich werde das auch in zukunft weiterhin versuchen also ihr seht wenn feedback in den kommentaren landet ich versuche es auch aufzugreifen klar da kann kann immer noch ein bisschen besser sein aber wir geben uns mühe und ansonsten klopfen wir mal wieder auf die finger in den kommentaren das ist schon okay das kann ich ab und wenn man keine kritik ab kann dann darf man auch im internet nichts veröffentlichen so in diesem sinne bleibt gesund bis zum nächsten mal ciao servus so 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 so